Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführungen. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an schnelle Thesen, garantiert nicht Spoiler frei, jede Menge gefährliches Halbwissen und auch heute wieder mit mir, dem Max. Und dem Christian. Ja Mensch, da sind wir zu zweit heute. Wieder die reine Männerrunde. Die reine Männerrunde. Ja und die Männer haben sich was überlegt und für die drei Menschen, die uns zuhören und gleichzeitig auch noch uns auf Twitter verfolgen, die konnten schon sehen, dass ich heute drei Blu-rays mitgebracht habe, von denen wir jetzt noch nicht wissen, was ihr jetzt schon längst anhand des folgenden Titels wissen könnt, nämlich welchen Film wir überhaupt gucken und ob es überhaupt einer dieser drei Filme sein wird. Denn wir haben sozusagen ein sehr offenes Ende, weil jetzt gerade wurde erstmal klar, ich habe hier zwei amerikanische Blu-rays mitgenommen und eine britische. Und das macht auf einem guten alten europäischen Blu-ray-Player schon mal genau zwei weg. Ich weiß auch noch, dass ich kurz gedacht hätte, es wäre ja schlau von mir, meinen Blu-ray-Player mitzubringen, der die alle kann. Und ich vergesse das aber auch immer. Also ich vergesse auch bei mir zu Hause das Umstellen, bis ich dann wieder meine Blu-ray drinne habe, die das von mir will. Dann fällt mir erst wieder ein, ach ja richtig. Ich meine, ich überlege bei mir gerade, also ich hatte ja auch mal einen codefreien Player, aber der hat dann, da hat sich irgendwie wahrscheinlich die Linse oder so verabschiedet von dem Blu-ray-Laufwerk. Der hat dann nur noch ein paar DVDs gelesen und dann quasi gar nichts mehr, deswegen. Das ist ja andere Player, aber ich habe ja eigentlich, also ich überlege gerade eigentlich, natürlich jetzt nicht, weil das wieder technisch Jahre in Anspruch nimmt wahrscheinlich, den UHD-Player könnte ich ja dann eigentlich umschalten. Dann hätte ich ein A und ein B-Gerät. Das ist ja der Blu-ray-Player. Also wir gucken gerade, genau, für die Hörerschaft. Der Blu-ray-Player mit dem angeschlossenen Surround-Sound und der UHD-BD-Player, der da steht. Und das ist der, der was? Und der kann halt UHD-BDs lesen und ist aber eigentlich auch auf B eingestellt, aber theoretisch, wenn ich einen der beiden Player umstelle, wäre das ja völlig entspannt. Aber wieso kannst du die überhaupt umstellen? Na, es gibt ja irgendwo im Internet, würde sich doch bestimmt was finden lassen. Aber das weißt du nicht, ob so ist. Ja, ich behaupte jetzt einfach mal so. Ja, meine Erfahrung ist da ja ziemlich niederschnellend gewesen. Also das bei DVD-Playern waren es ganz schön viele, aber auch da war leider nicht alle. Und bei Blu-ray-Playern hatte ich das Gefühl, das ist noch schlimmer. Also so schlimm, dass ich ja auf einen Hardware-Umbau umgestiegen bin. Genau, das hatte ich damals mir auch gekauft, relativ viel investiert. Und ich hatte ja die minimale, super leise Hoffnung, weil es ja bei diesen UHD-BDs keinen Regionalkode mehr gibt. Die sind ja einfach, die laufen, wenn das ein entsprechendes Laufwerk ist, dass dann entsprechend auch für die Blu-rays das keine Rolle mehr spielen würde. Aber das hat sich natürlich sofort zerschlagen gehabt. Das hast du auch schon getestet, ja? Ja, ja, das ist so. Also steht auch ganz offiziell natürlich drauf und ist eben so. Ja, das bedeutet, ich hatte einen besonderen Dreier-Hop mit. Es lohnt sich vielleicht mal, die Titel zu sagen, weil ihr euch dann danach an diesem sehr langgezogenen Spannungsbogen erfreuen könnt, ob die dann nochmal wieder auftauchen. Zum einen Akira Kurosawas Träume. Von wann ist der eigentlich? 1990 steht hier drauf. 1990, siehst du das? Ich dachte mich erst mal, dass das in den 80ern ist. Der kratzt schon an den 90er Jahren. Und die Menschen am Sonntag. Der ist von 1930, wenn mich da nicht alles täuscht. Und ja, mal wieder auch sehr süß, wenn man hier so einen deutschen Film hat und man hat dann erst mal so eine amerikanische Blu-ray, die wir uns jetzt hier gar nicht angucken können. Ich will never. Genau. Ist, glaube ich, mittlerweile, oder hatte ich vorhin gerade geguckt, bei Atlas-Filmen oder so, tatsächlich auch in Deutschland auf Blu-ray erschienen. Dürfte, glaube ich, auch was Okayes mittlerweile geben. Ohne, dass ich da jetzt irgendwie, ja genau, weil es ist ja 2014 oder so restauriert von AI, Filminstitut Niederlande. Tatsächlich? Und den, und ich glaube, der Murnau-Stiftung. Ach, die machen dann in Amsterdam auch Filmrestaurationen, ja? Du, wenn, also meine Eltern waren ja letztes oder vorletztes Jahr da. Stand das gerade so drauf? Hast du das gerade von der Packung vorgelesen? Mit AI steht da, aber mehr als AI steht nicht, ich meine, ich hatte irgendwo noch gelesen. Ja gut, aber das ist es, ja. In Amsterdam, in dem AI-Institut, kannst du dich quasi, sind mehrere Bildschirme, oder kannst du dich quasi durch die niederländische Filmgeschichte gucken, wenn ich das richtig verstanden habe, so kostenlos quasi. Wenn du mal wieder Urlaub hast, setzt dich da einfach zwei Tage hin. Ich tat es ja, also tatest du es nicht auch und haben wir uns nicht davon schon gegenseitig erzählt, also jetzt vielleicht nicht hier im Podcast, aber genau. Meine Eltern haben mir das T-Shirt mitgebracht, was ich gerne mal auf Arbeit trage. Ja, guck mal, ich hab das tatsächlich so mir zusammengebaut, dass du dann auch schon dort gewesen bist. Ja, nee, genau, so ist das da und da hatte ich auch eine Menge Spaß und am Ende war es doch wieder vor allem 10 Minuten Verfolgerungsjagd durch die Kanäle in Flucht des Amsterdam. Wenn man schon mal da ist. Ja, genau, dann haben wir noch den dritten Film im Bunde, das ist mein 20. Jahrhundert, von der Inyedi, wie heißt sie? Die Ildiko Inyedi und die Inyedi, die hat ja vor einem Jahr, genau, den Berlinale Gewinner Körper und Seele, Body and Soul, den ich unfassbar schlecht fand, also richtig so ärgerlich schlecht. Der allerdings auch kurz mal blitzen lässt, dass dort eine durchaus fähige und poetische Filmemacherin am Werk ist. Ich finde, die verrennt sich denn sonst was und es hat mich sehr geärgert in dem Film. Aber der hat zwei wunderbare Darsteller, nämlich nicht die Menschen, sondern zwei Hirsche, die sich dann an der Schneelandschaft begegnen. Hast du den Film gesehen? Ausschnitte. Ah ja, okay. Hast du diese Hirsche gesehen, die sich begegnen? Das ist wirklich ganz großes Kino. Man staunt, weil man möchte annehmen, das sind keine digitalen Hirsche, was es nur noch beeindruckender macht. Also was wirklich toll ist, was da zwischen zwei Tieren passiert. Und das drückt tausendmal mehr aus, als alles Geschwülstige, was dort geredet wird in dem Film. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass das ganz viele Menschen ganz, ganz anders sehen. Und ich weiß auch noch, dass ich im Kino saß und einer mir bekannten Dame im Publikum auch ein bisschen, glaube ich, die Stimmung verkackt habe. Weil ich habe schwer geatmet und sie war sehr berührt. Und danach guckten wir uns an und die einen Augen waren feucht und die anderen waren wütend. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann hörte ich halt, dass die Ende der 80er, glaube ich, einen ziemlichen Knaller im ungarischen Kino gemacht hat. Hier steht 88, ich habe jetzt teilweise 89 gelesen gehabt. Ja. Im Internet. Und ihr erster Spielfilm als Regisseurin. Ah ja, interessant. Also ich hätte jetzt sozusagen da noch so einige Geschichtchen, warum mir diese Filme entgekommen sind. Also soviel zu der groß angekündigten. Wir diskutieren jetzt, welchen dieser drei Filme wir gucken. Wir können jetzt sozusagen den ungarischen Film gucken. Und möchtest du gerade noch einen vierten Film in den Ring werfen? Ach, weiß ich nicht. Also wir können auch Nightmare Before Christmas dann jetzt, da du es ja nicht schaffen wirst, zur Kinovorführung theoretisch noch reinschmeißen. Ja. Also ich kann aber auch mal sagen, ich hatte ja natürlich, dass du das schon bei Twitter gepunkt hast, auch so draufgekommen. Ja, hast du mal eine Sekunde drüber nachgedacht. Und hab dann so gedacht, ja, den Kursar würde ich, glaube ich, direkt erst mal zur Seite schieben. Krass. Warum? Wirst du nicht neugierig, wie Martin Scorsisi als Schauspieler rüberkommen? Wusstest du das? Er spielt Van Gogh in diesem Film in einer Episode. Na gut, alles klar, erzähl mal. Also weil ich glaube, ich Kursar war erst mal noch so die alten Filme, die Klassiker noch weiter für mich entdecken möchte. Ja, die sind ja wirklich sehr anders als ich. Alle Kenner. So, und dann habe ich erst so gedacht, ach hier, das mit dem Ungarisch in der OFDB ist er angegeben als ungarisch-deutsch-kubanische Koproduktion. Ich frage mich, ob es ein Verklicker ist, das muss ich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Hat er dann zu Berlin gedacht, ah, das klingt ja so, mein 20. Jahrhundert und dann so in der gerade endenden Zeit des Kalten Krieges so, na, das ist ja schon mal sehr interessant. Dann habe ich aber auch gedacht, Menschen am Sonntag, der ist auch schön knackig kurz. Das ist ja auch, der hat auch so einen kleinen Punkt, aber ist natürlich auch hochkarätig hinter der Kamera. Da stehen sie da alle rum, die Sjord Max, Fred Zinnemann, Edgar Ulmer. Genau, wäre auch interessant gewesen. Ja, ist damit auch raus. Genau, also jetzt, also vor ein paar Tagen habe ich so gedacht, dann nehmen wir den Ungarischen. Und dann habe ich nochmal gefragt, was war eigentlich der dritte Film? Ich habe mir Akira Kursar war so gemerkt, den und dann den dritten. Ach hier, Menschen am Sonntag, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, warum eigentlich nicht? Ja, aber er befindet sich nicht in deiner Sammlung, stelle ich fest. Nee, also nicht, ich kann auch mal gucken gehen. Wir gucken jetzt bei YouTube nach und ich fürchte, dass man das mit allen dreien Filmen machen könnte. Ich hatte das neulich, dass wir so mit Kollegen so einen Filmabend gemacht haben und jemand konnte nicht kommen und meinte, kein Problem, ich habe es schon bei YouTube angemacht, ich gucke es gleichzeitig. Und ich habe mich nur so, es kam so richtig so ein kühler Schauer über mich rüber. Ich dachte, oh Gott, was auch immer für eine Fassung. Ich habe das Gefühl, oft so viele Filme, die immer noch da rumliegen und wo der Oberrichtsautomatismus noch nicht greift, sind dann oft noch so von vor sechs, sieben, acht Jahren so diese DVD-Ribs, diese wirklich, oder Video-CD-Ribs, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen wie dieses Gutenberg-Projekt, wo ja auch quasi sich viele Texte online finden lassen, was ja grundsätzlich erstmal eine schöne Sache ist, dass man eine Zugänglichkeit hat, aber dass es eben meistens dann irgendwelche gemeinfreien Varianten sind oder so, die dann, was dann losgeht mit dem Schriftbild und was dann eben alles. Also wo Leute es nochmal abgetippt haben, oder mit Texterkennung? Kann ich nicht genau sagen. Aber keine 1 zu 1 Kopien von veröffentlichten Büchern nehme ich an. Es sind einfach die Texte, so von Anfang bis Ende. Aber eben, wer dann ist, ist dann eben die Frage, welche Auflage, Dillim und wie gesagt, vor allem irgendwelche gemeinfreien Versionen. Das hat, also der eine Professor damals auch gesagt so, das ist grundsätzlich natürlich, hast du erstmal den Zugang zu diesen Sachen kostengünstig, aber die Kehrseite ist eben dann die Frage, also wenn man dann eben, so wie wir das ja hier auch manchmal mit unseren Filmversionen machen, so ein bisschen in Anführungszeichen akademischer rangehen willst, dann kommst du natürlich schnell an ein paar Grenzen, was sowas angeht. Und ich finde ja immer ganz interessant, wo die Dinge so herkommen und welcher Fassung, das ist ja eigentlich eine schöne Angewohnheit, oder? Also wir ja auch bei den Filmen wissen, wo sie herkommen und keine Ahnung, also die, das einfach, ja, wäre schon, ja. Nee, es gibt ja ein paar gemeinfreie Filme, das ist ja meistens nicht schön, was damit passiert ist. Also wer vor 5 Jahren sich auf die Suche nach, hier, nach George Romeros ersten, Zombie, Night of the Living Dead, da gab es ja auch so unfassbare Schwämme von wirklich furchtbaren Kopien. Da hatte ich dann mal das Interessante gelesen, dass der natürlich in Amerika, also in Amerika mag der gemeinfrei sein, aber dass es zum Beispiel rechte Inhaber für die deutsche Synchronisation gibt, die in der Regel aber auch nicht davon wissen oder nicht gefragt werden, wenn der Titel erscheint mit den entsprechenden Tonspuren. So, zum Thema Legalität und, naja. Genau, das war fast immer nicht, das war nicht sehr schön, als ich jetzt mal ein paar Screenshots gesehen habe von der Kriterion-Neuauflage, oder was weiß ich, woher auch immer der Transfer kommt, aber einfach nochmal direkt vom Filmmaterial, das, ja, das ist ein anderer Schnack. Gut, wir könnten das jetzt, glaube ich, auch noch ausdehnen auf die. Also du kannst auch gerne noch sagen, also wir können auch die Nightmare Before Christmas, wie gesagt noch, da darfst du dann gerne noch sagen, ob ja oder nein, oder was für dich dafür oder dagegen spricht im Vergleich zum 20. Jahrhundert von Ildiko Enjedi, wenn die so ausgesprochen wird. Ich wusste das mal, aber ich war jetzt auch irritiert von den ersten beiden Buchstaben, ob es nun ein I und ein L ist. Also das ja, aber ich weiß halt nicht, ob man, ob die ungarische Sprache, da bin ich nicht so bewandert. Ja. Wie man ja wahrscheinlich auch, könnte ich es auch hier oder sagen. Also ich kann ja nur sagen, also wir haben ja noch, wir haben ja noch einen richtigen Knaller dieses Jahr vor, das wisst ihr nur noch nicht. Was ist doch, sagen wir doch bei Dollar-Rand. Doch, wisst ihr, ne? Ah ja, okay, genau. Also, dann finde ich, es braucht ein, ich finde sehr, es braucht ein Gegengewicht. Ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlen wird, mein 20. Jahrhundert zu sehen. Ich würde es gerne mit dir zusammen ausprobieren. Mein Tor über Küstmüß, weiß ich, ist einer der wahrscheinlich schönsten, handgemachten Stop-Motion-Trickfilme, die je aus Hollywood gekommen sind. Und ich glaube, wahrscheinlich auch einer der schönsten Danny Elfman-Soundtricks. Singt er eigentlich selber auch? Ja, ne? Also es ist, glaube ich, wirklich, ich wüsste tausend gute Argumente, das zu gucken. Nur ich weiß schon alles. Also im Sinne von, es wird keine Überraschungen geben. Hast du ihn schon eigentlich gesichtet für deinen, für deinen... Also ich hatte ihn ja sowieso schon mehrmals auch gesehen und habe ihn heute Vormittag mir auf Deutsch einmal angeschaut. Ja. Noch mal so ein bisschen... Und ist komplett durchsynchronisiert, ne? Also alle Dinger und so. Ja, ja, ja. Mit Nina Hagen als Sally. Genau. Also die ganze Zeit auch, also Gesang und Dialog, ja? Ja, also war zumindest nichts anderes eingeblendet. Also es kommt dann eben, die Synchron-Tafeln werden dann hinterher noch eingeblendet, tatsächlich nach dem Film. Und da stand sie dabei. Und da eben nur der eine Name angegeben war. Ja. Ich habe mal davon ausgegangen. Also im Original ist zum Beispiel bei Jack, ist Danny Elfman singt und Chris Sarandon ist der Sprecher. Chris Sarandon ist das? Ist das? Ne. Ich weiß gar nicht, wer Chris Sarandon ist. Kennt man den? Er hatte gesagt, er hatte bei dem und dem Film gespielt. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen. Mit Chris Penner hat er verwechselt. Ich habe keine Ahnung, wer Chris Sarandon ist. Wenn er noch nicht nur einen Quentin Tarantino-Film mitgespielt hat, dann weiß ich nicht, wer das ist. Dann bin ich auch unsicher. Ja. Also wenn die Neugier bei dir reicht, dann steigen wir rein in eine eher unbekannte Welt. Wie ist denn deine Quote in Sachen ungarische Kinofilme? Ja. Keine Ahnung. Ungarische Kinofilme, Filme in ungarischer Beteiligung. Wo kam die denn jetzt her? Der Mittelalter-Film? Das ist wohl eher so russisch. Ja, ne? Also eher dann mal zwei, drei tschechische. Das wäre ein Gott zu sein, den meinte ich. Genau. Eher so, vielleicht mal so tschechisch. Ja. DDR-Coproduktion, aber. Ich meine, da kann natürlich auch sein, dass irgendeines von diesen Märchen vielleicht, obwohl die sind eigentlich auch dann eher tschechisch oder sowjet. Aber ungarisch wüsste ich tatsächlich jetzt nicht. Muss natürlich nicht heißen, dass nicht irgendwo einer den Weg gekreuzt hat, aber fällt dir irgendwas ein noch bei dir? Nein, ich habe also wirklich das sehr schöne Glück, also nur durch Menschen aus Ungarn, nämlich Menschen, die den Europäischen Freiwilligendienst hier in Rostock in der Medienwerkstatt gemacht haben. Nur dadurch bin ich mit Kino aus Ungarn bekannt geworden und einen Film, den ich nie vergessen werde und den ich hier auch dringend allen Hörern und Hörerinnen ans Herz legen möchte. Taxidermia. Das ist eine, also das ist, ja, also das hat einige Geschmacksgrenzen von mir gesprengt. Ich weiß gar nicht, ob der so ohne weiteres im deutschen Fernsehen laufen könnte. Also so von der extrem, also so, wenn Gaspar Noé auch mal in Ungarn unterwegs wäre, dann hätte das vielleicht so ausgesehen. Also inszenatorisch sehr ambitioniert, sehr wild und hemmungslos in alle Körperflüssigkeiten sozusagen hindurch. Und dann gibt es einen Filmemacher, der, ich weiß sozusagen manche, also älteres, also aus heutiger Sicht für uns sozusagen die Menschen, die seit 20, 30 Jahre vor uns schon Filme gesehen haben zu DDR-Zeiten, die haben sich oft auch über ungarisches Kino gefreut, weil ähnlich wie bei der tschechischen Welle gab es eben auch in Ungarn also eine Zeit, in der Filme entstanden sind, die man sich vielleicht dann gerade in der DDR nicht hätte vorstellen können. Also die auch manchmal über kreative Umwege aktuelles thematisiert haben. Und ich kriege ich den Regisseur gerade hin? Nee. Also ich überlege, ob durch die aktuelle Bahnhofskino-Episode Joe Esterhast, ist das eigentlich in Ungarn oder? Also der Name ist... Ja, sehr spannend, ja. Und dann gibt es ja immer den relativ weit verbreitenden Dinatsch, N-A-G-Y-Nachnamen. Und ich meine, da habe ich auch mal irgendwie, aber ich weiß nicht, ach, keine Ahnung. Na, jedenfalls Miklos Janskyjansko. Oh Gott, das ist jetzt der Miklos Jansko. Ja, cool. Das ist jetzt also endlich mal wieder richtig schönes Halbwissen. Es gibt ja manchmal Leute, die meinen, ach ja, ihr Halbwissen, das ist ja ein totales Understatement. Also bei diesem Regie-Namen, da fällt mir das gerade wirklich schwer. Jedenfalls, so erinnere ich ihn, Miklos Jansko. Und da habe ich einen Film von ihm gesehen aus den 60ern, den ich auch komplett nur in Ungarisch sehen konnte. Es war eine ungarische DVD ohne Untertitel. Und ich habe ihn mit einer großen Freude. Es ist ein Drama in einem Gefängnis, in dem sozusagen man schon richtig spürt, das sieht zwar so alles aus wie im Mittelalter, aber es könnte auch die Gegenwart sein, also die Dynamik von Unterdrückung und Autorität und der durchaus in dem Fall nicht sehr hoffnungsvolle Versuch, sich dagegen aufzulehnen, gegen staatliche Autorität. Und ich kann verstehen, warum das sozusagen, also solche Filme eine große Sogwirkung hatten auf Menschen, die sich mit einem autoritären Staat konfrontiert gesehen haben. Und ja, also insofern erlebe ich jetzt, also habe ich quasi eine Erinnerung an ein ungarisches Kino, das sich ganz schön was traut und das vielleicht gar nicht so sehr passt zu dem, was wir vielleicht gerade für ein Nachrichtenbild von Ungarn haben. Und ich auch nicht weiß, wie sich das wohl gerade anfühlt, Filmemacherinnen und Filmemacher zu sein in diesem Land. Und also wenn ich eins, Körper und Seele vorwerfen würde, dann, dass der wirklich sich auch so anfühlt wie eine Flucht ins Sentimentale und Übernatürliche. Also hat mit der Realität natürlich so viel zu tun, wie unsere Träume ja immer auch ein Ausdruck von was sind. Und da wünschen sich zwei Menschen ja auch sozusagen eine heile Welt, so eine heile Tierwelt. Das kann man ja auch irgendwie interpretieren. Aber der Film, mein 20. Jahrhundert, klingt ja wirklich wie Politik pur so, so richtig mit, also mit heißem Eisen oder so, keine Ahnung. Und davon war jetzt auf jeden Fall in ihrem aktuellen Film nichts zu spüren. Könnte ja sein, dass das gute Gründe hat, weil man so eine Filme vielleicht gerade gar nicht machen kann. Also um auf die Halbwissen-Palette noch was draufzuschmeißen. Ja, dann schmeißen wir die Scheibe mal rein. Dann spekulieren wir mal. Und ja noch ausgepackt jetzt hier. Second Run, eine britische Blu-Ray. Als es noch das 20. Jahrhundert war. Wir gucken uns das vom 21. Aus mal an. Also gleich. Knapp 30 Jahre später. Ja, dann sag mal den Original-Titel. As-N-M-Sasa-Dom. Ich weiß nicht, wie man 20 oder 20. Das 20. sagt. Auf jeden Fall ist es In-Jedi-Ildiko. Also da hatten wir jetzt einen Film, bei dem ich auch froh bin, dass wir uns gar nicht so mit Inhaltsangaben aufhalten. Ja, aber das ist tatsächlich eine interessante Herausforderung, weil ich habe wirklich keine Ahnung, worum es ging. Also das kann ich mal so sagen. Das ist ein Film, der mich komplett ratlos zurücklässt. Er lässt mich mit ein, zwei Stimmungen zurück. Und ein, zwei Ideen. Also die Rahmung mit dem Edison fand ich sehr faszinierend. Justo ehrlich gesagt gar nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal so für bare Münze. Dass Edison nicht nur die Glühlampe erfunden hat, sondern auch noch gleich das Telegrafiergerät. Das ist ja unglaublich. Und wie geht das mit Tesla und der Elektrizität zusammen? Dazu müssen wir Christopher Nolens Prestige gucken. Nee, Tesla war glaube ich der, der in Europa das halt so machte. Bin ich auch, das war auch wieder so ein schönes Thema Halbwissen so. Ja genau, wir wissen ja auch irgendwie, dass einerseits die Limières in Frankreich, aber glaube ich auch Edison hat auch mit dem Kinematografen noch ordentlich umhergespielt in Amerika. Also dass da ja immer so mal Sachen sind. Aber ich habe es auch nicht genau auf dem Schirm mehr. Ich würde sagen, das war mal irgendwann im Schulunterricht dran. und ist wie so manche Stromladung mittlerweile dahin geflossen. Und also was sozusagen da mich total kriegt, ist der, also dieser, also als so ein, also wie so ein, soll ich sagen, also es rahmt den Film, der mein 20. Jahrhundert heißt. Und das, das fühlt sich, es fühlt sich sehr bedeutsam an. Und da drin steckt so ein interessanter, melancholischer Edison, zu dem die Sterne sprechen so, ne? Das hat, das hat, also das, das hat mich total, äh, fasziniert, weil es quasi keine, also es sieht halt nicht aus wie die Heldengeschichte so, ne? Also, äh, auch am Anfang, wenn sozusagen dort diese ganzen Glühbirnen am Baum erleuchten, gehen sie auch erstmal wieder aus und dann gehen sie ja an. Und also so von Anfang an hat das so eine, also so eine, eine unsentimentale, oder nee, sentimental ist es ja auch, wie soll ich es sagen, aber keine, also irgendwie ist... Keine verklärte... Ja, genau, irgendwie ist dein Interesse da so dran, wie wird's dem wohl gegangen sein und warum hat der das wohl gemacht und was war dem mal wichtig und hatte das noch am, also bei der Telegrafie sieht der ja wirklich so aus wie, ja, wir können jetzt einmal komplett um die ganze Welt in fünf Minuten und also ist, also quasi alles andere guckt irgendwie begeistert und deutet auf einen Globus, ne, so in der Schlussszene, aber, an der letzten Szenen, aber in seinem Gesicht findet das nicht so statt, das ist, also das finde ich sehr interessant. Ja, vor allen Dingen findet in seinem Gesicht statt, er sieht die Taube, die, die Brieftaube, die also auch, ja, das Kommunikationsmittel ist und er guckt sie an, aber er hat auch tatsächlich ja schon am Anfang des Films ebenfalls so ins Nichts gestarrt und den Denker, die Denkerpol so ein bisschen eingelegt, ja. Immerhin so vom Rahmen ausgehen könnte man jetzt, wenn man sozusagen die Rahmen sich anguckt und dann in die Details könnten wir uns sozusagen wieder reinschrauben und dann würde man sogar feststellen, als du jetzt gerade Brieftaube gesagt hast, wurde mir klar, ja stimmt, also wir kriegen schon auch wirklich eine Verdrahtung quer durch den ganzen Film, ne. Da, wo ich nochmal so ein 20. Jahrhundertgefühl hatte, war, ich weiß gar nicht, ob das, welches Jahr das jetzt genau war, ob das 1900 oder eher 1920 oder so, aber dieser Moment, wo diese beiden Züge, die in verschiedene Richtungen fahren, an den Bahnhof halten und es so die letzten zwei, drei Minuten vor Mitternacht sind, vor Jahreswechsel und wir sagen als Zuschauer so ein, ja, so einmal so lauter Blitzlichter so, also im Sinne von, wir sehen mal kurz einzelne Fahrgäste, die auf die Uhr starren, auf sich starren, irgendwo hin starren, also aber alle haben so einen Innehaltemoment und ja, dann ist es nächste Jahr und der Zug fährt los, der andere bleibt noch stehen. Das sind so kurze Momente, wo ich so denke, ah ja, so für, ich mach mal, wie sich das wohl anfühlt, so wenn ein Jahrhundert anfängt oder so und ich habe zum Beispiel die ganze Zeit mich immer gefragt, wie lange wohl jetzt wir durch dieses 20. Jahrhundert gehen, wo wir wohl noch wo so ankommen, ne. Also ich dachte oft so an, auch die düsteren Kapitel des 20. Jahrhunderts und da kamen wir ja gar nicht erst hin, so, ne. Es ist, glaube ich, eher so vielleicht auch so eine Vorahnung, wenn da Attentate stattfinden oder geplant werden oder mal nicht stattfinden oder beinahe. Also das sind so Sachen, das sind so Eindrücke, die nehme ich raus und das wäre auch alles, was ich irgendwie als Inhaltsangabe vor mich her stammeln könnte, außer vielleicht diesen groben Kerngedanken. Da gibt es zwei Mädchen, die geboren werden. Kriege ich sie dann jetzt noch hin? Dola und Ilja. Also Lilly. Lilly und Dora. Ja, Dora, ne. Dora und Lilly, ja. Und die gehen in, die sozusagen, sie gehen in zwei verschiedene Richtungen. Sie bleiben nicht bei der Mutter und sie werden auch getrennt. Und die Umstände dieser Dinge sind nebulös, bis fantasievoll, bis ungeklärt. Und dieser Moment, wenn diese Züge aneinander halten, ist ja auch kurz, also genau in diesem Zeitrahmen, an diesem Bahnhof, entdeckt ja, also entdeckt zumindest das eine, die jetzt schon eine Frau, also der eine Zwilling, seinen Counterpart, von dem sie, glaube ich, nicht wusste, dass es den Menschen gibt. Und da denke ich kurz, oh, ach, so ein Film wird das so. Also im Sinne von vielleicht wie die zwei Leben der Veronika von, von, nee, das ist der Pole, auf welchen Namen ich jetzt gerade nicht komme, der Dekalog gemacht hat. Nicht, nee, Kieslowski. Ja, Kieslowski, genau, von Christoph Kieslowski oder Christoph Kieslowski. Und der, aber das, das ist das gar nicht. Es geht, also die Filme sind, glaube ich, so im Sinne von, also jetzt einen Charakter irgendwie zu entwickeln, zu erzählen oder zwei Figuren, die sich dann begegnen. Damit hat das irgendwie relativ wenig zu tun. Und da merke ich auch, ist das, also ich gucke ich eigentlich den Film und brauche die ganze Laufzeit von dem Film, um irgendwie die Sprache zu verstehen, die da gesprochen wird. Und ich meine nicht das Ungarisch, das ja Englisch untertitelt ist. Und ja, ich kann auch sagen, ich habe das bis zum Schluss nicht verstanden, also so richtig nicht. Freue mich, dass ich ein Gefühl zur Zeit bekommen habe, aber zu, zu den Figuren, also das, was ich so suche, oder das, was ich so denke, was ich wohl in jedem Film so kriege, und habe ja auch schon 50 und einen Film gesehen, in dem ich dann nicht kriege, was ich denke, was ich in jedem Film kriege, das bekomme ich nicht, bekommen keine, also das macht mich, das meine ich mir so, das lässt mich dann ratlos zurück, weil ich jetzt nicht so genau weiß, hat dieser Mann jemals verstanden, dass er es mit beiden Frauen zu tun gehabt hat? Oder habe nur ich denn nicht durchgesehen? Und wer ist dieser Mann? Wie soll man darüber reden, ja? Ja, also, ich bin, oder, naja, weiß ich, worum es ging. Also, ich nehme einfach an, es ging um bestimmte Sachen, die ich der Meinung bin, das war da eben drin. Ich hatte auch gedacht so, ah, wir fangen 1880 an, das wird noch schön eingeblendet. Und als dann eben dieser Neujahrszeitpunkt kam mit den beiden Zügen, habe ich so gedacht, ja krass, das ist ja auch noch vor den beiden Weltkriegen, und die kriegen wir jetzt auch noch komplett irgendwie miterzählt. Nein, kriegen wir nicht. Also, ich glaube, 1900 ist dann so quasi der letzte tatsächliche Jahresfixpunkt. Man könnte eventuell noch mal gucken, ganz am Schluss, einmal, wenn die Zeitung da der Evening Standard oder was da aufgeschlagen wird, da steht noch mal The Ripper Strikes Again, glaube ich. Ah, tatsächlich. Habe ich mir eingebildet. Wann war denn das? Weißt du das auch noch? Ich würde eigentlich behaupten, dass Jack the Ripper schon im 19. Jahrhundert, aber ich weiß nicht, da gibt es ja wahrscheinlich immer mehrere. Und genau, also ab 1900 ist das ja dann so ein, okay, ich gucke jetzt einfach nur, ob die Damen oder die Charaktere, mit denen wir hier begingen, ob die noch mal älter werden in späteren Einstellungen. Und das Gefühl habe ich dann nicht mehr so. Vor allem natürlich nicht mehr der Sprung von Kindheit zu Frau. Ist natürlich offensichtlich. Aber dann so, ich dachte, okay, nee, dann werden wir jetzt hier so in der ersten Hälfte des Jahrhunderts bleiben. Und dann blieb eigentlich so unter der Gedanke, ja, was könnte das, also was würde sich jetzt ändern, wenn ich jetzt keine Zeiteinblendung gehabt hätte und wenn der Film jetzt gießen hätte, mein 21. Jahrhundert zum Beispiel oder mein 19. Jahrhundert. Weil gerade manche Szenen habe ich so den Eindruck gehabt, ja, das ist eigentlich so, wie durchs, was ich jetzt neulich in den Nachrichten gesehen habe. Der Typ, der uns gerade erzählen will, ja, Frauenwahlrecht, ja, aber sonst ist die Frau nur definiert dadurch, dass sie Kinder bekommen kann und durch Sexualität, das ist wie dieser Typ von, im Europaparlament, wer war das, war das ein polnischer Abgeordneter oder so und der alte Mann, der dann meinte, ja, Frauen sind dümmer, sind weniger wert und sonst was, und ich so, krass, wie sich das so nicht weiterentwickelt hat bei manchen Menschen, also diese, ja, die Aktualität irgendwie da. Und mich unvermittelt eingeholt hat und dann eben bei mir dazu geführt hat, dass ich eigentlich immer so überlegt habe, den ganzen Film über so dieses, ja, was ist das für ein Bild der Gesellschaft oder wie sieht das heute aus? Diese Anschläge, die da verübt werden von ihr, haben mich da natürlich darauf gebracht, ja, stimmt, Franz Ferdinand hier, der Thronfolger von Österreich-Ungarn, der eben durch das Attentat auf ihn entsteht ja dann, oder das ist der Auslöser für den Ersten Weltkrieg dann. Die Ursachen sind ja mannigfaltig. Ja, und, oder diese kurze, diese Abschnitte, ja. Nur ganz kurz, weil ich kriege es gerade aus dem Geschichtsunterricht nicht mehr richtig zusammen. Inwieweit, das war doch eine Ungarn-Österreich-Geschichte. Genau, der Thronfolger, also Franz Ferdinand habe ich jetzt behauptet, aber keine Ahnung, ob der Name genau gehört ist. Ja, Österreich, ja. Macht eben, ist auf Reisen durch eben diesen riesigen Staat, diesen Vielvölkerstaat und durch diverse Verwicklungen kommt es dann eben zu einem erfolgreichen Attentat. Und der Attentäter aus welcher, aus, weiß man, also okay, gut. Ja, okay, Balkan. Ah ja, gut, okay. Wurde jetzt gerade nur einfache Schwarz-Weiß. Und dann geht es eben los, Blankoscheck der Deutschen und dann machen sie alle mobil und möchten ihre Armeen einfach mal. Ja, endlich mal geht es los, ja. Ja, okay, gut, danke. Und dann kommt nämlich dieser berühmte Satz, in Europa gehen die Lichter aus, was dann wieder zu dieser Stromgeschichte passt. Was ich interessant fand, dieses Bild, wenn dann in Paris, Sorbonne wird uns da eingeblendet, ein Hörsaal voller Männer, im Kontrast, voller schwarz gekleideter Männer, vor allem im Gegensatz zu den hauptsächlich weiß gekleideten Frauen später. Wenn durch diese Elektrizität hat dann so ein bisschen was wie, ach so, hat Star Wars, zwei Männer, die sich gegenseitig die Arme entgegenstecken und dann werden da Blitze ausgetauscht, das quasi in gewisser Weise diese Elektrizität also verbindet, die Menschen an dieser Stelle. So hat das für mich ein bisschen gewirkt. Während wir dann durchaus eben auch trennende Elemente haben, irgendwie so in dem Film. Ich finde auch in der ersten Hälfte von der Laufzeit her, haben wir öfter mal so einen sehr schönen symmetrischen Bildaufbau. Also wenn du so die Mittelachse so hingestellt hättest so, dann hättest du das zuklappen können und wäre genau gleich gewesen. Wenn die mit dem Esel, oder erst mal an dem Brunnen, wenn sie so, die beiden Männer gehen so weg, das ist natürlich diese Figur des Brunnens und dann ist sie links und rechts, beides gleich. Wenn sie auf dem Esel da in die Wohnung oder wo sie da ankommt, sind zweimal so diese Bögen, rechts die Frau, die da irgendwie ist und links mit diesem Superstrahler dann, wenn der Esel einen Schritt weiter geht. und ein Bild meine ich war noch, keine Ahnung, habe ich vergessen. Und theoretisch das Schlussbild, wenn wir diesen Fluss entlang fliegen, entlang fahren, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, der ja auch quasi symmetrisch ist. Und ja, ich weiß auch nicht, also gerade vor allem, wenn das dann am Schluss ist und wir rückwärts nochmal durch die Zeit reisen, also wenn sie dann beide wieder jung werden, dann sind wir bei der Mutter mit den beiden Babys im Arm. Und dann gibt es den Fluss. Und da habe ich dann auch so... Jo. Okay, ja. Ist das jetzt, es wiederholt sich alles oder es fängt immer wieder von vorn an? Also wir haben ja die Einführung dieser Traum... Oder es gibt zum einen ein fantastisches Element mit diesen sprechenden vermeintlichen Sternen, die immer mal hell und dunkel blinken. Und es gibt das Traumelement, wenn die beiden Kinder eben an dem Brunnen beim, im tiefsten Winter in Budapest einschlafen, beim Streichholz verkaufen. So, und dann gehen wir davon... Oder ich bin davon ausgegangen, sie sind dann eben wieder aufgewacht, nachdem sie festgestellt haben, der, oder der Esel war eben doch nicht echt. Bzw. die wachen ja gar nicht auf. Das ist ja auch Quatsch. Die schlafen weiterhin und werden von den beiden Männern, jeweils einer nimmt ein Mädchen mit. Da könnte man immer noch darüber nachdenken, ob sie nicht weiterhin das träumen. Aber selbst dann wäre es... Würde mir halt... Oder komme ich halt nicht dann damit klar, dass wir dann wieder ganz am Ende bei der Mutter sind, die die beiden Babys im Arm hält. Was dem das nicht so rundabgedingst kriegt. Was aber natürlich interessant ist, grundsätzlich ist so die unterschiedliche Entwicklung der beiden Frauen. Also die eine, die das System, oder die in diesem System irgendwie mitmacht und sich einfach alles rausnimmt. Also sie stiehlt und ich nehme jetzt, was ich möchte, an den Männern und sowas. Also Hauptsache ich habe meinen Spaß, was dann auch daran zu erkennen ist, dass sie dann gleich mit zwei Männern an der gleichen Nachtsex hat hintereinander. Und die andere, die eben das System, oder die nicht so sehr begeistert ist von dem System an sich anscheinend, denn sie verübt Anschläge oder schließt sich der Untergrund dem Widerstand an, verübt Anschläge für die und ist dann in anderer Hinsicht auch sehr zurückhaltend, was gerade die Sexualität angeht. Ja. Ja du, ich finde bei beiden ist das ohne 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 authentische Leidenschaft, ohne dass ich das Gefühl habe, dabei geht es ihnen selbst wirklich im Inneren richtig gut dabei. Also sie wirken irgendwie beide so wenig überzeugt von dem, worin sie sich komplett investieren. Also die die sozusagen in den in den Eliten der Gesellschaft sich bewegende sozusagen die gibt sich mit ihrem Körper komplett hin so und oberflächlich genießt sie es auch in vollen Zügen, aber ich sehe da auch manchmal eine hohle Hülle so und frage mich zu, was da wohl innen gerade los ist. Und also ist ja auch oft wirklich sozusagen an einer Stelle sagst du es ja auch mal so, ist das auch langweilig so. und das andere ist die die sozusagen die wir sind ja schon vorgestellt als 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 Botin so und dann merken wir sie es mehr als nur die Überbringerin, wie man einen Sprengstoff zusammensetzt, sondern sie wird ihnen dann auch sozusagen wird damit auch losgeschickt und das macht die auch komplett also ähnlich finde ich ohne ohne innere Überzeugung. Also ich sehe die jedenfalls nicht. also sie macht das so, aber ich sehe sie nicht streiten für irgendein oder oder argumentieren für irgendwas so, sondern eher so ja jetzt bin ich hier jetzt mache ich das so. Also das wird ja sogar dann einmal aufgegriffen, wenn sie dann mit der wenn die Bombe nicht zündet oder ich weiß es ja nicht genau ob sie sie sogar noch ausgemacht hat, aber also in dem Moment, wo es darum geht, dass da jetzt Leute in die Luft zu springen, macht sie es ja auch nicht. Also beide Attentate sozusagen unter dem Aspekt, dass sie in Anführungszeichen erfolgt werden, wenn dann eben entsprechende Menschen tot werden, schlagen in der Hinsicht ja fehl, an denen sie da quasi beteiligt ist. Und hast du das wahrgenommen, dass das wo bei den in dem Projektionsraum oder in dem Saal mit den ganzen Projektionsflächen, dass sie die da auch da verübt hat, den Anschlag? Das habe ich dann gar nicht verstanden. Also ob sie den konkret verübt hat, bin ich mir nicht sicher, aber sie war natürlich eben sehr mit daran beteiligt mit diesem Überbringen und alles, aber ich bin nicht sicher. Also nur von meines Schläge, also gab es so Momente, in denen ich wirklich nicht folgen konnte. Also wäre der neugierig gewesen, dass du was gesehen hast, was mir gar nicht aufgefallen ist. Ne, also wenn sie den Anschlag dann konkret durchgeführt hat, den ersten, da könnte ich das jetzt auch nicht sagen. Da würde ich sagen, sie hat halt irgendwie mit sehr viel geholfen, auf jeden Fall. Aber es war, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild, wenn die Leute dann so rausgelaufen sind aus diesem Raum und dann wir haben diesen Blick hinter die Kulissen und gleich die Menschen, die rausgestimmt sind und wissen irgendwie morgen, wenn da jemand hingeht, dann sieht er wahrscheinlich Bilder davon, wie diese Leute da rausgelaufen sind und dieses Ereignis dort mitbekommen haben und das eben die Bilder, das erzielen. Vielleicht ist das ja auch eben so das Thema Kommunikation. Also wir haben ja eben die Erfindung des Telegraphen, wir haben Übertragung mit Strom, wir haben Bilder, die uns Sachen erzählen, wir haben die Leute, die Zeitungen lesen und das sind ja durchaus, oder kann man eben, je nachdem wie man das sieht, sind es im Wettbewerb befindliche mediale Verbreitungsmöglichkeiten oder Sachen, die sich eben ergänzen, weil eine Zeitung halt schwer mit bewegten Bildern machen kann, außer es eben die Welt von Harry Potter oder sonst wie magisch. und die Bilder können zwar auch Text zeigen, aber das findet man dann auch irgendwie nicht so toll, wenn im Film zu viel Text steht, weil man das ja nur mit Bildern gesehen haben möchte. Also das ist auf der Ebene vielleicht so, das ist ein Punkt im 20. Jahrhundert, der sehr wichtig geworden ist. Das ist ja jetzt auch gerade wieder von dem Film und eben der aus dem Radio entwickelte Fernseher, wie das sich so immer mehr und ineinander und diese kleinen blöden Smartphones, die wir immer mit uns rumtragen und da eben die Bilderflut täglich uns aussetzen meistens irgendwie. Das würde ich da schon irgendwie drin sehen, aber ich, ohne jetzt irgendwie sagen zu können, dass mich das besonders mitgenommen hat oder über mich fasziniert, durchaus interessant, also wie gesagt, ich fand das eine teilstarke Einstellung, wie so diese Kamerafahrt und die Kamera bewegt sich weg von den Leuten, die Leute bewegen sich genau auch weg sowohl von der Filmkamera als auch den Projektionsbildern dort und dann haben wir da dieses, weil es auch in schwarz-weiß und da immer so ein bisschen Rauch irgendwo ist, das ist auch bei den Dampfloks finde ich das immer sehr, sehr faszinierend, das reicht einfach, wenn so eine Lok da langfährt, egal wie toll oder schlecht die Kamera nur eingestellt ist, das finde ich, sieht immer sehr gut aus. Und ich habe halt den Eindruck, ja, hier Zuschauer, das ist jetzt mein Angebot an dich, aber mehr sage ich dir da auch nicht, auch wenn ich wahrscheinlich, also jetzt aus Regisseurinsicht, ich habe wahrscheinlich, hat sie eine ziemlich klare Vorstellung, was sie da machen wollte, vielleicht auch nicht, bin ich mir manchmal auch nicht ganz sicher, aber dass man eben selbst sich da Gedanken machen soll, durchaus. Ja, du, ich bin zum Beispiel gerade sehr geneigt, mich nochmal sozusagen vor meiner eigenen Wahrnehmung zu flüchten und irgendwie darüber zu schwadronieren, was ich gerade noch aufgeschnappt habe von einer Filmdebütantin, wie du es vorhin schon gesagt hast, also eine Frau, die, naja, ich flüchte jetzt mal noch nicht gleich so, also man könnte sehr sozusagen mal einfach gucken, wer hat den gemacht und darüber würde ich am liebsten die ganze Zeit spekulieren, was sie konnte, was sie nicht konnte so. Ich kann auf jeden Fall sagen, also ich, der vor diesem Film sitzt, kann die Angebote nicht nehmen, ne, also ich sehe bestimmt ein ganzes Potpourri von Bildern so noch nie erlebt, eine Parade voller Glühbirnen, tragender, äh, äh, ähm, na, Musiker, ne, die diese Parade spielen und alle miteinander verkabelt sind und hinten auf einer Kutsche läuft da so eine funkendampfende Maschine, die glaube ich gerade mit, 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 mit Kohle sozusagen gerade Strom erzeugt, man weiß es nicht so genau, ne, also richtig so, äh, so ganz, weiß ich, es wirkt so wie, oh ja krass, also lange vor Solarpanels und Atomenergie sah das noch ein bisschen anders aus, wenn man die Elektrizität erzeugt hat und das sozusagen als ein durchaus magisches, märchenhaftes Bild, also, davon, davon gibt es ein paar, so, gibt auch einen Moment, äh, im Hamburger Stadthafen, der, wo es durch den Bildausschnitt sozusagen, man auch in den 80ern es geschafft hat, ein, ein Hamburg-Gefühl, um die, äh, sozusagen, die Jahrhundertwende noch hinzubekommen, ne, nur, ich, genau, das sind also wunderbare Angebote, das sind atmosphärische Bilder, alles, was du gesagt hast, eine atmosphärischen, äh, äh, konzentrierten Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, und ich, ich komme da, ja, also, ich finde das richtig schwierig, also wirklich dieses, ja, wie vor einer verhemmenden Sprache, äh, die ich nicht, die ich nicht entschlüsseln kann, und, also, es ist mir auch das Gefühl, habe ich, es wird mir auch wirklich, also, wie soll ich sagen, es ist so, es fühlt sich auch, also, es gibt ja Momente, die sind sehr vergnüglich, wo ich so denke, also, gerade wo auch die erste Hälfte des Films mir, glaube ich, eher auch so die Fährte vorgibt, hier gibt es auch einen Augenzwinkern zu dem, was hier passiert, ne, also, wir nehmen, also, ich, also, das, das musst du jetzt, hier alles nicht so schwer nehmen, und kannst auch mal quasi gucken, wo, also, also, fast wie so eine Einladung zu, so, assoziativ, so, aber das hält der Film null durch, das ist überhaupt, also, für mich ist das zwischendurch richtig anstrengend. Also, ich überlege zum Beispiel gerade so dieses, dieses, ich, ich glaube, bei Possession war das erstmals mit so dieses, ähm, es ist halt von einem Filmemacher, der eigentlich irgendwie gegen das System, in dem er lebt, noch, äh, sich doll, ähm, positionieren möchte, oder eben erzählen möchte, wie schlimm das ist, das überlege ich hier eben auch so, na, 88, das ist ja auch schon, so irgendwie der Zeitraum, wo Ungarn dann gesagt wird, man kann jetzt nach Österreich ausreisen, glaube ich, ne, also, die, diese Phase kommt dann jetzt so, ähm, zeigt sie halt in, äh, in, äh, exemplarisch an Lilly und Dora, die eine, die versucht irgendwie, das System verändern zu wollen, eben mit Gewalt, ähm, aber da auch nicht so richtig vorwärts kommt, und auch letztlich merkt, ja, nee, ist auch irgendwie nicht richtig, also, das kann sie auch irgendwie nicht zu Menschen umbringen, ne, äh, und, und irgendwie so, Prozesse brauchen Zeit, wie eben diese Vorlesung dann zeigt, von dem Typen, der sagt, ja, Wahlrecht für Frauen ist völlig in Ordnung, aber dann gleichzeitig so eine völlig, äh, ja, krude, vielleicht zu dem Zeitpunkt, der noch moderne Haltung dazu hat, warum Frauen existieren, oder warum sie auch nicht existieren, er hat da mehrere Schlüsse, zu denen er kommt, äh, und darf auch ganz, äh, irgendwie humorig, so, wenn er dann anfängt, äh, Brüste, äh, und Geschlechtsteile da an die, an die Tafel zu machen, was irgendwie so völlig absurd erscheinen ist, und, ähm, genau, äh, dass gesellschaftliche Prozesse eben Zeit brauchen Veränderungen, dass man natürlich, das denke ich auch manchmal, wenn, die schwächere Form des Anschlags ist ja dieses, ja, der und der muss zurücktreten, und dieses, ja, aber der jetzt danach kommt, oder die jetzt danach kommt, ist das dann eine bessere Wahl, in Anführungszeichen, oder, kommt da vielleicht noch jemand, der viel schlimmer ist, oder sonst wie, was, was bringt das für eine Veränderung, als wenn das eben inhaltlich, sich, oder im Diskurs eben weiterzuentwickeln, ähm, und dann die andere, das andere Exempel ist eben, äh, Dora, die, wenn wir jetzt wieder das Systemische nehmen, diesem Kapitalistischen wahrscheinlich sehr zugeneigt ist, eben diesen Besitz, und, äh, Anhäufen eben, Schmuck, und, ähm, aber eben auch so da gleichzeitig eben dieses Hohle, also, ja, körperliche Beziehungen, ja, aber nicht auf einer emotionalen Ebene offensichtlich, die sich halt, die Männer nimmt, wie sie gerade Lust hat, und, äh, eben auch völlig entspannt kundgibt, wenn sie gar keine Lust hat, äh, oder zumindest uns Zuschauern das wissen lässt, ähm, äh, durch die Monologe, die sie da führt, ähm, dass das irgendwie so vielleicht, ja, so eine Annäherung ist, und dass man eben dann sagt, auch wenn das eben in der Vergangenheit spielen soll, so von 1880 bis 1920 vielleicht, dass das eher eigentlich da 1980 bis, wo werden wir 2020 dann stehen, so vielleicht gelesen werden könnte, ähm, ja. Ja, ich, ich kann total verstehen, dass du sozusagen eher darüber spekulierst, so was wohl vielleicht, äh, gemeint ist, so ich, ich bleib immer noch dabei, wo, was, was sozusagen, wo ich einen Zugang zu hatte, das ist auf jeden Fall überschaubar, äh, also ich merke auch immer, dass wenn du, wenn du, wenn du die Figuren beschreibst, dann so, ja, das wäre, also wenn ich das ganz wohlwollend angucke, könnte ich das jetzt im Nachhinein sozusagen so sehen, möglicherweise, es ist ja schade, ich hätte gern was davon gefühlt, so, ne, also es gibt ja, also es gibt ja einige, also ich finde so im Großen und Ganzen ist das ja, also am Anfang macht das ja noch richtig Spaß und so, so spaßig hält der Film das auch nicht durch und greift es auch, finde ich, nicht nochmal wieder so auf, wenn wir doch am Anfang gefühlt in zehn Minuten, äh, durch ganz Europa einmal durchseppen, durch die ganze Welt ja gefühlt, ja, genau, stimmt, richtig, und auch durchs Weltall und einmal hin und zurück und das hat so eine, das hat, das hat natürlich auch ein gewisses Tempo, es ist aber halt auch so episodisch, ich bin auch froh, dass der Film das jetzt nicht versucht hat durchzuziehen, weil wirst du ja auch mischugge, ähm, dann ist es natürlich, also sind das schon besondere Szenen, auf die du zum Beispiel gekommen bist, also die Szene zum Thema Frauenwahlrecht, also die Szene zum Thema Frauenwahlrecht, diese ganze Vorlegung, das ist ja eine komplette Szene, das ist schon eher Novum sozusagen, eine in sich ganze Szene, in der, also das ist vielleicht am ehesten so diese, ähm, was für mich jetzt so in der modernen Popkultur unserer Gegenwart, immer so diese Forrest-Gump-Idee ist, ne, also ich nehme sozusagen eine Hauptfigur unbeholfener, unbedarfter, jedenfalls nicht für sich wichtiger Art und schmeiße sie in wichtige Zeitmomente, ne, und lasse sie dadurch vielleicht von einer menschlicheren Perspektive erleben, so ist das ja, ne, wir erleben ja sozusagen einen, einen Schlüsselmoment in der Geschichte, wenn da sozusagen ganz wissenschaftlich mal zusammengefasst wird, warum Frauen wählen können, aber doch trotzdem nichts auf der Kirche haben im Vergleich zu Männern, ähm, dann darf da mal sozusagen unsere Hauptfigur so kopfstillend aufstehen und weggehen, so, ne, das ist so, aber davon gibt es ja ganz schön wenig Szenen und ich finde zum Beispiel die Szene, äh, so interessant und schlecht zugleich, ne, also weil ich finde, das ist ein total platter, flacher Humor, wo ich denke so, oh, schade, also es hat nichts von der, von der poetischen Feinsinnigkeit anderer Momente, äh, ist aber eine von den wenigen klaren Szenen, so, ne, also ich bin hin und hergerissen, das, was ich poetisch und schön finde, da sehe ich, bin ich aber auch immer Gaga, wenn er das länger als eine Minute, wenn das kommt, verstehe ich dann auch nicht mehr, also wenn der durch den, durch den Bambus da stapft, dann, ne, also dann, äh, verliere ich auch den Anschluss so und wenn es dann später nochmal wieder aufgegriffen wird und dann ist unter den, äh, Bambusblättern, schaut dann die Frau hervor, denke ich, das sieht wunderschön aus, aber was soll das? Ja, ähm, äh, 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 das heißt, es gibt Szenen, ach richtig, genau, dieses, also die, äh, die Szene mit der Frau, ähm, in dem, auf dem, auf dem Kreuzer dort, wo sie sich so anbietet auch, ähm, das ist ja eine längere Szene, in der das sozusagen auch ein kleines bisschen fühlbar wird, weil, es ist natürlich, so eine, so eine, schöne, kaputte Erotik, weil irgendwie ist es natürlich reizvoll, der Moment, wie das da so, wie sie sich da sozusagen so entblättern lässt und gleichzeitig, ja Gott, und dann wird sie halt einfach gefögelt so und es ist so, boah, ja, ich, ja, komischer, Ja, aber wirklich genau dieses, also weil es ja auch der Kontrast ist, also in dem tatsächlich, äh, die, die schönste Liebeserklärung der Welt, wenn der Mann eben der, dieser Steinmauer sagt, ich liebe dich, weil die Frau eben dahinter ist, gerade bei ihrem Auftrag, äh, und dann, dann eben, äh, auch wenn man jetzt vielleicht das nicht so sehr fühlt, aber so wie der Mann eben dort seiner Emotionen frei und auflässt, ist das dann eben die, äh, eigentlich wollte er auch hier die Emotionen dann haben, weil er denkt, er sieht sie jetzt wieder, er trifft sie wieder und, äh, hier könnte das jetzt kulminieren in einem Moment der Liebe, aber das ist eben der reine Lustmoment, äh, was ihm dann spätestens klar wird, wenn er dann aus dem Nebenzimmer die gleiche Frau wieder hört, so ein paar Minuten, Stunden später, war noch immer, ja, was der Film, aber trotzdem hat sie natürlich, äh, wirklich komische Momente, also lustig, humorige Momente, das ist, äh, wenn wir, wenn der Affe uns dann einmal, oder, Schimpanse, Danke für die Erinnerung, das habe ich schon wieder vergessen. Das ist der Schimpanse da erzählt, äh, ja, also, damals war es. Ich finde echt, so unvermittelt, wie die in dem Zoo landen, so unvermittelt fängt dieser Affe an, um oft zu reden, ne? Ja, und ich überlege dann, also, ich habe auch, also, wir sehen dann, das Paar, das Paar ist eingeblendet und dann, hier darf ich ihnen was erzählen und sie gucken den Richt, also, ich weiß nicht, sie gucken neben die Kamera, als ob da jemand stehen wird, dann wird auf den Affen geblendet und dann hört man so dieses Weitere, aha, wir gucken jetzt diesem Tier dabei zu, wie das Tier dieses Gespräch belauscht, dann wird wieder umgeschnitten auf das Paar und ich denke, äh, Moment mal, der Affe erzählt das also gerade, also, da klickt es bei mir erst, da war ich dann auch mal ein bisschen sehr spät dran, um uns dann diese Geschichte zu erzählen, wie er da eben im Dschungel saß mit seiner Familie und er dann das Netz entdeckt hat. Das könnte glatt meine Lieblingsszene sein, das ist eine richtig schöne Szene, dieses, wenn der Affe beschreibt, wie er da mit seinen Geschwistern sitzt und er, dann schon gesehen hat, der weiße Mann, der macht so Grimassen, das hat nicht mal unsere Oma drauf und das ist echt interessant und ich sehe, der hält ein Seil in der Hand und ich habe aber auch gesehen, das Seil, das ging so durch die Blätter und durch die Bambusstäbe und da oben sah ich dann das Netz, ach, der hat nur was Schlechtes mit uns vor und dann habe ich die Geschwister weggeschickt und bin dann selbst zu ihm hin und wollte ihm einfach durch ganz viel Liebe und Umarmung und Zuneigung sozusagen ihm sozusagen von seinem bösen Plan abbringen und dann Schnitt auf, jetzt bin ich in diesem Zoo. Das ist total cool, also da fällt mir gerade auf, dass ich, ich habe das ja am Anfang im Vorgespräch ja durchblitzen lassen, dass ich auch mit ihrem aktuellen Filmwerk nicht warm geworden bin, ich aber die Tier-Szenen sehr mochte, das fällt mir hier auf, dass sie einen interessanten Zugang, also über die Tierwelt von allzu menschlichen Situationen und Emotionen zu erzählen, dazu hat sie eine Idee. Ja, danke, dass du das nochmal in Erinnerung gerufen hast, weil ich weiß nicht, ich hätte die jetzt nicht mehr parat gehabt und meine das ernst, dass ich die in dem Moment ganz schön cool fand. Ja, es war glaube ich auch der Moment, also die Szene hat sich auch da doppelt eingepriegt, weil du da dann am Schluss mit den lautesten Lachen von ihr ausgemacht hast, glaube ich. Also es wurde leider gelöscht von konfusen Scheiß danach. Ja, dann gibt es noch die, ich weiß nicht, die Clockwork Orange mit Hund Szene, wo dieser Hund irgendwie im Labor, ja, der Hund hat immer nur das Labor gesehen, er kennt die Außenwelt nicht. Und sie zeigen ihm Zeitrafferaufnahmen von ganz vielen Kassen. Wie brutal. Mit super Musik dazu. Ja, und dann wird dieser Hund da vergehen, geht von selbst, ich weiß es nicht, und bringt den Zug zum Halten und wird beim Metzger weggeschubst und dann endet auch diese Episode irgendwie und ist dann vorbei. Und, äh. Ich glaube, Ihnen-Jedi ist Kubrick-Fan. Also, wenn man das jetzt, also für mich ist das einfach zu, zu augenfällig, dass das eben Clockwork Orange ist, weil eben so mit dem, wir sehen sein Gesicht in Großaufnahmen und er ist dann irgendwie angestöpselt und auch wenn, wenn seine Augen jetzt nicht eben aufgerissen halten werden von der Maschine, aber er soll da irgendwas sehen, sich Bilder angucken, eben auch diese klassische Musik wieder dazu, also soll anscheinend eine Konditionierung irgendwie stattfinden. Wäre eben auch wieder die Frage, wenn man jetzt die Tiere äh, nimmt als, als Sinnbild für die Menschen, ob das irgendwie uns was sagen soll, also das, äh, die Menschen, die eben da im 12. Jahrhundert gelebt haben, sind alle gefangen genommen worden von dem mächtigen weißen Mann und, äh, sollten dann eben mittels der Bilder auch konditioniert werden, um das alles toll zu finden oder weiß ich nicht. Äh, ja. Das ist ja noch eine Riesenzhene, die sich entspinnt, wenn der Hund sich sozusagen loskommt oder losmacht aus dieser, aus dieser, äh, Kino, Kino-Folter. Ähm, wie geht das weiter? Der, der läuft... einmal durch, äh, über diese riesige Wiese einmal dort und dann läuft er die Bahngleise entlang und ich denke kurz, oh nein, jetzt wird er aber nicht vom Orient Express überfahren und wir springen damit hin. Nein, er hält ihn an. Dann hält der Zug an und guckt einmal und läuft dann weiter. Ja, der Hund hat den Zug angehalten. Ja. Nur, dass man aus der Sicht... Ja, und dann geht's ins Wasser. Also, es ist auch interessant, dass da eben die, die, äh, Absenz von, von Personen, du siehst nur den Zug, du siehst nicht den Lokführer oder so. Äh, genau. Und, ähm, dann läuft er da bei dem Metzger einmal irgendwie lang. Da dachte ich übrigens ganz kurz an die Dingsbumsgasse, an die, äh, Ja, freudlose Gasse. Ja, ja, aber ich dachte, das ist doch irgendwie genau das Bild. Naja, egal, ist halt ein Metzger. Oder, oder, oder Susi kommt noch vorbei und dann gibt es Susi und Strolch oder sowas. Aber nein, der wird einfach weggeschickt. Kriegt auch da keine Unterstützung. Und, dann weiß ich schon nicht mehr, ob er dann noch irgendwo weiterhin läuft oder wie das dann sich auflöst. Das hab ich vergessen. Es geht ins Wasser und die Musik schwillt ganz doll an. Aber ich, richtig zusammen krieg ich's auch nicht. Oder geht er zurück? Oder? Gibt's irgendeine, irgendeine, irgendeine Verknüpfung am, also, wenn diese Szene losgeht mit, er sitzt vor diesem Katzenfilm, äh, also, sind wir irgendwie in irgendeiner Form eingeführt, was das grad ist, wo wir sind, was wir sind? Nee, wir kriegen halt von den, also aus meiner Sicht kriegen wir von den Sternen einmal gesagt, er weiß nichts, er kann damit nichts anfangen, er kennt ja nur das Labor, er hat noch nichts von der Welt gesehen. Aber was vorher war und wie das im Zusammenhang mit dem dann steht, nee, also, das mein ich grad, sondern es ist so, ähm, also, jetzt will ich, jetzt will ich das nicht alles erklärt bekommen, ist ja wahrscheinlich noch langweiliger. Also, er ist in dem System eben aufgezogen worden und das System ist jetzt eben das Labor und das hat ihn immer gefüttert mit das ist die Welt, das sind die Bilder und jetzt bricht er halt selber mal in die Welt auf, in die tatsächliche, er darf hinter dem eisernen Vorhang hervorspringen oder so, also, sehr weit, thesenmäßig jetzt mal, äh, spekulationiert. ich möchte jetzt mal, ich möchte das jetzt mal wagen und der, äh, also, das ist, das ist auch ein handwerkliches, ja, also, also für mich geht das nicht auf, für mich hat das kein, für mich hat das kein, kein Fluss, ich glaube, dass das möglich ist. Also, ich denke jetzt gerade so an Filme wie, wie die von Peter Greenaway oder so, sowas wie Prosperous Books oder so, das ist auch schon ein ganz schön schwere, äh, äh, verkünstete Koss, die, die ja auch nicht jede, jede Verbindung, jedes Bild irgendwie erklärt, aber in der sozusagen so ein, so eine Gesamtkomposition, nicht nur auf musikalischer Ebene, irgendwie in sich schlüssig ist und das fehlt mir sehr, also es, also so sehr, dass ich auch merke, ich fühle mich auch so ein bisschen hin und her geworfen so, ne, also die hat, also ich wünschte ihr, winziger Filmemacherin, viel mehr Virtuosität sozusagen im Jonglieren mit diesen schönen Dingen, so, also auch mit den, mit den Gedanken und den Momenten, weil das kostet eine Menge Kraft, als Zuschauer das dann zu halten und sich zu sortieren und dabei verliert die mich mehrmals, also, so, dass ich wirklich so, oh, was denn so, ne, jetzt sag doch mal, jetzt schreibst du doch mal hin hier, kann der Bösewicht nicht seinen Plan erklären, wenn ich, ich weiß auch nicht, wenn, du weißt so, also es gibt ja Momente, in denen ich mich sehr eingeladen fühle, wirklich nur zu fühlen, also nix, nix hier mit Denken, Spekulieren, Entschlüsseln, sondern fühl doch mal den Moment so, ne, und wenn, wenn sie, wenn sie wirklich Kubrick-Fan sein sollte, dann ist auch der Schluss 2001 so, ne, also dann ist das, ja, diese Fahrt, ja, und auch die Kinder noch, also diese, dieses sich noch mal zurück an den Anfang, bla und keks, also irgendwas schwingt da so in dieser Richtung auf jeden Fall mit, ich wünschte es hätte diesen, diesen Fluss, ne, dass das so ineinander geht, also den, ja, ist jetzt auch bekloppt und auch nicht hilfreich, das jetzt jemand mit Kubrick zu vergleichen, aber sie hat es ja so ein bisschen drauf angelegt, mit mindestens einer, Selbst schuld hier, ja, ja, mindestens eine Referenz lädt sie dazu ja ein, und dann flüchte ich mich jetzt mal kurz, ich will es einfach auch nur abladen hier an dieser Stelle, ähm, das ist ja eine Filmstudentin, wie sie in dem Interview auf dieser Second One Blu-ray erzählt, ähm, die, also Mitte der 80er dann auch so merkte, was für eine bekloppte Idee das war, also zumindest existenziell gesehen, jetzt Filmemacherin zu sein, weil es gab überhaupt gar keine Gelegenheit, Filme zu machen, schon gar nicht für eine Frau, ne, also die hat, also das, was sie da in dem Film erzählt, war für sie auch noch sehr gegenwärtig, und sie beschrieb übrigens ihr Gefühl zum Staat so, ja, da waren lauter Leute in der Politik, die das mit dem, mit dem Sozialismus eigentlich nicht so ganz ernst gemeint haben, also die, oder die gar nicht so richtig dran geglaubt haben, ich glaube, so meinte sie das, ne, also nur einfach, das war so ihr Eindruck so, jedenfalls war das nichts, womit man jetzt einen Kinofilm machen könnte, und dann hatte sie aber dieses Drehbuch zu diesem Film, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, jedenfalls meinte sie, das hatte auch lauter Faktoren, die dagegen gesprochen haben, das als Debütfilmerin zu machen, also weil hier Zeitgeschichte, viele Kostüme, viele Drehorte, sowas macht man eigentlich nicht als ersten Film, und du kriegst vor allem keine Geldgeber überzeugt, und das war dann ein Zufall, oder sie meinte, also, also sie hat das nur so zusammengefasst mit, äh, äh, also, äh, mit überraschenden Umwegen landete sie auch bei einer Hamburger Produktionsfirma, da hat sie auch parallel gefragt, und die fanden ihr Drehbuch so toll, oder dieses Drehbuch so toll, ist es glaube ich nicht ihrs, steht es da zufällig, wer es geschrieben hat? Ich hab kurz überlegt, ob sie es vielleicht sogar selber war, weil ganz am Anfang des Abspanns kam irgendwie so ein Ilka-Dixer, aber, das kannst du nochmal nachgucken, an jedenfalls hat sie, die deutsche Produktionsfirma hat, die in Hamburg hat tatsächlich Geld zugesagt, und das hat dann die ungarische, heimische Produktionsfirma etwas zuversichtlicher sein lassen, und dadurch kam der Film auf den Weg, also deswegen ist das sozusagen auch eine Koproduktion geworden, weil ohne deutsches Geld wäre es wohl gar nicht erst dazu gekommen, und ja, ist, ja, genau, ist halt sozusagen, wie das so ist mit ersten Filmen, wäre ja kurios, wenn einem das beim ersten Mal alles gleich gelingt, Kubrick hat ja seinen ersten Film dann auch mit großen Mühen wieder versucht einzufangen und wegzusperren, weil, also die hat hier, wo habe ich das jetzt gesehen, hier, äh, äh, goldene Kamera, Kamerador, goldene Kamera für besten Debütfilme, in Cannes bekommen, 89, ja, wir können das, also ich kann das auf jeden Fall nicht ausreichend wertschätzen, die New York Times hat 1990 auch unter die 10 besten Filme diesen Filmen gewählt, das kann man ja auch alles machen, vielleicht war 1990 auch, ja, weiß ich auch nicht, was war da noch, was war da noch, white heart, ja, geöffnet, also ich überfliege hier gerade das Booklet, äh, geschrieben von Jonathan Owen, äh, ein Autor und Akademiker, blablabla, und, das Thema so Referenzen und, äh, wird hier natürlich, ich musste, also einfach, weil die eben Streichhölzer verkaufen, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, und, äh, er nennt dann hier eben konkret, Jean Renoir's The Little Match Girl, L'Apetit Marchant de Lumet, ja, 1928, unter anderem eben, und das die Namen, Lilly und Dora, äh, aus dem Film, Orphans of the Storm, von, D.W. Griffith, behaupte ich jetzt, hier steht nur Griffith, deswegen bin ich hundertprozentig hier, aber naja, das da, also, deswegen behaupte ich, oder bin ich auch völlig entspannt damit, dass wir sagen, das ist Kubrick, äh, sowohl, was eben das Fliegen über eine, Oberfläche am Schluss ist, als auch natürlich der Hund, ähm, ja, mit den ganzen Tieren, das ist eben auch immer wieder sowas, so hier, Screenplay, Ildiko und Jedi, da habe ich tatsächlich doch noch richtig geraten, spektakulär, ich kann, äh, ungarisch, Ilka, glaube ich, war die Bezeichnung für Drehbuch, ja, ähm, ein so lustiger Film, wie, äh, episodisch, wie, sehr interessant, trotz allem fand ich den auf jeden Fall, ja, allein schon, also, hast du gerade die Schublade mit den Allgemeinplätzen, ja, ja, was haben wir denn noch, äh, tolle Einzelsbilder, äh, heute noch relevant, gerade heute noch, immer noch aktuell, ich unerbreche, hat, hat Edison wirklich so eine krassen, äh, Lichtshows veranstaltet, wo Frauen Glühbirnen am Körper hatten, und dann so lustig rumgetanzt haben, ich weiß es nicht, aber es sah für mich aus, es könnte das so gewesen sein, und scheiß, also, so wie eben Nickelodeon, äh, diese fahrenden Kinos, also so wie ja diese, wo die in diesem Zelt sind, und sich die Bilder angucken müssen, auch auf, äh, Bilderrahmengröße projizierte Filme, die dann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, man konnte auch erkennen, die Filme laufen dann so im Loop, ne, die laufen dann quasi über mehrere Spulen, dann einfach immer wieder durch den Projektor, also die gleiche Minute siehst du dann immer wieder, es ist schon, ja, es sah sehr modern aus, und man spürt auf jeden Fall in solchen Momenten, das hat der Film eingesammelt, der hat eingesammelt, wie das ist, wenn, wenn, äh, der nächste Schritt ein ganz schön großer Schritt, und zwar gleich für die ganze Menschheit ist, das ist, das ist da, äh, nur, äh, nur, es verkommt zu so einem schmückenden Rahmen, und, ich hab, also, ich hab vorher, ich hab im Plot gelesen, ich will mich da, wenn ich noch eine Runde drüber aufregen, ich hab im Plot gelesen, äh, also den Plotzusammenfluss, den ich gesehen hab, war, also, da werden also, äh, also ein, ein Zwillingsgeschwisterpaar, zwei Mädchen, getrennt, kurz nach der Geburt, dachte ich da dann noch so, na jedenfalls, also, und die entwickeln sich dann sozusagen, in, in zwei extremen Schichten, äh, der, äh, Gesellschaft sozusagen, in ihre Richtung, und begegnen sich dann, und denke ich so, wow, geil, da kann man sich ja richtig dran abspulstücken, so, und, so banal, hatte die Filmemacherin das gar nicht im Sinn, und so verspult, wie es aber denn jetzt ist, denke ich, ach scheiße, dann mach doch gleich eine Kurzgeschichtensammlung, oder so, ich, also, wenn ich, ich hab halt nicht das Gefühl gehabt, dass diese einzelnen Teile alle gut zusammen gingen, ich, das hat sich mir manchmal nicht erschlossen, und es hat mich sehr herausgefordert. Da fehlt dann so dieser Strom, also, ich hab auch so manchmal das Gefühl, ne, so manche so, ja krass, wenn das so irgendwie mehr so eine Kurzfilmsammlung, und, und ja, jetzt müssen wir doch irgendwie nochmal einen Rahmen drum stricken, also, überlege auch, wie gesagt, mit diesem Angebot an den Zuschauer selber mal aktiv zu werden, also, dieses, dieses Schlussbild eigentlich mit, mit Edison, wenn wir dann haben, ja, wir können jetzt in fünf Minuten um die ganze Welt miteinander reden, also, dieses eine, wir können alle miteinander kommunizieren, und jetzt übertrage ich das wieder, okay, das war quasi jetzt vor, zum Entstehenszeitpunkt des Films vor vielleicht 70 Jahren, also so 19, 19, 10er Jahre, was haben wir denn sozusagen daraus gemacht, und was wir daraus gemacht haben, ist ja, wir haben jetzt gerade zwei Weltkriege hinter uns, und, und die Teilung in, in zwei riesige Welten auf einer Welt, neigt sich zwar in gewisser Hinsicht gerade dem Ende, ob man das nun geahnt hat oder nicht, ist ja auch nochmal dahingestellt, so von, blicken da jetzt aus der nachkommenden Perspektive drauf, aber dass eben sozusagen die Welt irgendwie noch geteilt ist, und dann können wir natürlich jetzt auch fragen, ist die Welt heute nicht mehr geteilt, aber das ist ja auch nicht so wirklich der Fall, wollen wir auch schon wieder Mauern bauen, ja, was hat uns das eigentlich gebracht, dieser, dieser Fortschritt und so, aber, ich kann eben auch verstehen, wenn man sagt, naja, das ist eben, vielleicht hätte der Film dann noch mehr irgendwie dahinter bringen müssen, als eben so eine kurze Episode, oder wie sich das dann im Gesamtkontext da im Film nochmal überhaupt widerspiegelt, oder ob das eben so ist, aber ich habe gerade diese Idee, und schmeiße jetzt noch in diese zwei Minuten Episode rein. Ich meine, mit dem Austausch zusammen wird es gerade was, ne, also das merke ich auch, also als du das jetzt gerade erzählt hast, dachte ich, jetzt, also diese Sachen mit, äh, äh, also, äh, was danach ja noch alles gekommen ist, so, ne, also, ich meine, es ist ein Film von 1988, das ist auch ein Film, der sozusagen, äh, also der ja nicht zufällig denn, äh, quasi ab 1880 anfängt, ja, das ist schon ein Film, der 100 Jahre zurückblickt, aber anhand der ersten 20, sozusagen, oder keine Ahnung, und, äh, man kann auch, andersrum kannst du auch sagen, naja, der hat, äh, absichtlich da, die erste 8, sollte eigentlich die 9 sein, das sollte schon 1980 sein, ja, genau, also, 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 mir ist total klar, dass wenn ich in den 80ern im Kino sitze, und dann fängt ein Film mit 1880 an, dann habe ich diesen, diesen Claire Verweis, das passierte mir auch im Jahr 2018 jetzt gerade, jetzt habe ich nur gerade, also, als du das so erzählt hast, merkte ich, oh, das passt für mich gut zu der, zu dem melancholischen Blick von Edison, ne, der sozusagen scheinbar in seinen Triumphen, also jetzt der Menschheit, was zu geben, von dem er wohl auch schon ahnt, das wird jetzt ganz schön viel verändern, und, äh, sozusagen, man könnte ja, so wie das immer so ist, mit all diesen tollen Erfindungen der Menschheit, steckte ja immer mehr Gemeinsamkeit, mehr Friedlichkeit als Potenzial drinne, aber auch immer das Gegenteil, ne, ich überlege auch gerade, was war eigentlich die Nachricht, die er jetzt hier versendet hatte, das habe ich schon wieder leider vergessen, aber die ging ja in die Richtung, ne, im Sinne von, also, danke für diese tolle Welt, lieber Gott, und, äh, wir Menschen, äh, können sie jetzt, äh, formen, so, und darin steckt, genau, wunderschönes Potenzial, und katastrophales zugleich, und weil wir schon wissen, die Katastrophen kamen danach, äh, und zwar richtig, so richtig verheerende Katastrophen, also, so richtig menschlich selbst gemacht, und bis heute wirksam, so, so eine Katastrophen, äh, nicht nur so eine Naturkatastrophe, wo das Wasser dann auch irgendwann wieder zurückgeht, sondern hat sich in alle unsere Seelen und, äh, äh, unsere Gehirne eingegraben, und, ähm, das, also mit, mit diesem Wissen denke ich so, ach, das ist spannend, dann sozusagen, so einen, also das so melancholisch zu erzählen, und dann denke ich so, aber warum, warum so verspult, also, also umso mehr wir glaube ich drüber reden, umso mehr komme ich dem so auf die Schliche, und werde nochmal neugierig, nochmal Bilder nochmal wieder zu sehen, so, ne, also, ich habe gerade das Gefühl, wir sind durch eine Ausstellung gegangen, die mich überfordert hat, jetzt haben wir gequatscht, jetzt würde ich nochmal mit dem, ich würde dich jetzt reinzehren und nochmal in die Ausstellung gehen, so, nochmal gucken, so, ne, also wenn du dieses verspult sagst, ich überlege jetzt auch gerade wieder, ob das so dieser, dieser Teil ist, wo man dann sagt, das ist eben, so haben die es an der Zensur vorbeigebracht, also, dass man, dass sie irgendwie gesagt haben, der Sozialismus, wir sind eigentlich auch irgendwie für den Sozialismus, und, aber der Weg, den wir eingeschlagen haben, der ist irgendwie echt doof, äh, der, der führt gerade gegen eine ziemlich große Wand, ähm, aber das eben nicht offen sagen zu können in der Kunst, oder vielleicht sagen zu können, aber das hätte dann, wäre dann vielleicht auch der letzte Film gewesen, so ungefähr solche Sachen, oder der Film wäre dann nie erschienen, ähm, dass es da nochmal mit zusammenhängen könnte. Ich meine, ich kann es ja mal sagen, das ist für mich undenkbar, das Gefühl von, äh, äh, das stimmt nicht, ich wollte gerade sagen, ich kenne ja das Gefühl gar nicht, wie das ist, in einer Welt zu leben, wo man nicht sagen kann, was man denkt, also, ich habe zwar das Gefühl, ich kann das, und dann fällt mir aber ein, na, wie oft ich aber auch eine Schere im Kopf habe, also, das heißt, aber da, ja, ja, das könnte sein, ja, dass du auch auf alles eine Erklärung hast, Max, ist auch gefährlich. Ich hypothisiere hier natürlich, weil ich, ähm, was mir aber natürlich in der Hinsicht gefällt, weil ich ja auch der Meinung bin, äh, es gibt halt keine Komplettlösung, also, wenn jetzt einer kommt hier, so und so, funktioniert das, und nicht anders, das ist immer dieses, oder man hat den Film nicht verstanden, das ist so dieses, achso, es gibt die eine Erklärung und keine andere, da bin ich dann, äh, schnell so dieses, ja, wenn es nur die eine gäbe, dann müsste man wirklich sagen, hier, der Regisseur wollte das und das, und deswegen gibt es auch nur das und das, aber das ist für mich dann auch nur eine Möglichkeit, denn ich kann einfach das nehmen, ich habe nur den Film gesehen und kenne den Regisseur gar nicht oder die Regisseurin und, hab dann, sehe dann jetzt eben hier einen Hund, der komisch verkabelt ist und einen Esel, der durch ein Spiegelkabinett läuft und, ähm, also beim Spiegelkabinett habe ich mir zum Beispiel auch sehr stark gedacht, so dieses, jetzt kommt die, diese, die Verworrenheit des Weges kommt, äh, symbolhaft durch, es kommt vielleicht aber auch eine Selbsterkenntnis, weil man nicht mehr ausweichen kann, überall hat man Spiegel, man muss sich also selbst, äh, sehen, ähm, aber beides wird nicht ganz so aufgelöst, wie ich das vielleicht gedacht habe, wäre vielleicht auch, hätte man auch zu dem Zeitpunkt schon wissen können, dass der Film dann nicht unbedingt das macht, was man vielleicht denkt, was passieren könnte, ähm, ich hatte aber gerade noch mit der Kommunikation gerade noch den Gedanken, dieses, so wie die Welt dann eben in Anführungszeichen kleiner wird, weil man eben in fünf, fünf Minuten einmal um den Globus telegrafiert, wir reden ja die ganze Zeit oder die Sterne reden mit uns oder mit Figuren in dieser Welt, so wie auch da quasi dieses Tanz, dadurch ja schon kleiner wird, oder eben, so wie Sterne wirken enorm weit weg, Lichtjahre entfernt eigentlich, aber die reden ja trotzdem irgendwie da miteinander und, äh, und, äh, so wie dann eben, äh, Lilli nach, ist das eigentlich auch ein Attentat, da ist ja kein Anschlag, ne, wenn sie diese Flugblätter verteilt, dafür wird sie, also, das war meine Leser, sie verteilt diese Flugblätter in der Fabrik und, äh, wir sehen es dann nicht, aber wir hören dann eben, kommen sie da runter, holen mal die Polizei und dafür wird sie dann meines Erachtens in ein Straflager nach Sibirien gesteckt, deswegen hockt sie dann plötzlich da im Eis rum und da habe ich so gedacht, so diese, es ist zwar immer noch eine geografische Entfernung und sie hat jetzt das Glück, dass da mal einer vorbei, äh, rodelt mit seinem, äh, mit seinem, mit seinen Rennen, mit seinen Schlittenhunden und dem Schlitten und kann mit dem eben sprechen und sagen hier, hallo, kannst du mich mal vielleicht kurz mitnehmen, um dann aber später im Film sie nochmal in dieser Pose zu sehen, wie sie wieder da ist auf einmal, wo es dann gerade alles so rückwärts läuft, wo ich so denke, äh, nee, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also ich merke, ich kann mich also entscheiden nur noch an das Bild, äh, erinnern, wie sie dort in Sibirien im Schnee sitzt und weil da dann Sibirien, äh, Kirillische Buchstaben aufgenommen werden. In Kirillischen Buchstaben steht so, das hat sich mir eingebrannt und dass danach auch noch, äh, die, die Schlittenhunde, oder? Ja, da kommt dann irgendwie hier, also hier hörst du uns, hörst du uns, erst rufen die Sterne zu ihr irgendwie, guckt dich um und dann kommt eben der eine mit dem Schlitten vorbei. Und ich überlege auch gerade, was mir das noch sagen soll, dieses, der Dampfer, also die Kreuzfahrt, die ja, das Land Fiume oder so, also wo ich so völlig denke, okay, es ist nicht Fiji, ich hab diesen Namen weder auf Englisch, also im Englischen ist ja noch mal ein bisschen drei Meter unwahrscheinlich, dass ich ihn schon mal gehört habe, aber ich hab auch im Deutschen überhaupt keine Idee, welches, welches Land, welcher Staat das sein soll und, ähm, deswegen hatte ich das dann so verbucht und okay, wir sind jetzt wieder an diesem Nicht-Ort oder auch tatsächlich nicht existente Staat, den es eben im Vergleich zu den anderen hier im Film genannten nicht gibt in der Realität, dass wir da eben was dann eben auch dafür, wir sind jetzt plötzlich auf einem Schiff, also auch nicht mehr auf dem Festland, wir sind nicht mit dem Zug unterwegs, nicht mit dem Schlitten oder zu Fuß, sondern wir sind jetzt eben wirklich außerhalb dieser Welt, die wir bisher hatten und deswegen gibt es da eben diese Begegnung und da ist wieder die, die Gesellschaft, die sich vielleicht vom Rest der Welt eben abgekoppelt hat, wenn man das jetzt wieder so symbolisch verstehen möchte, keine Ahnung und dass da dann eben dieses, diese abgekoppelte Gesellschaft, die sich mit, ja, Ping-Pong und völlig hohlen, weil gefühllosen Sex bespaßen lässt und eben ja quasi irdische Freuden, aber eigentlich gar keine wirkliche Freude mehr daran hat, so, keine Ahnung, die Dekadenz, die da jetzt nochmal so deutlich wird. Sag mal Max, dieses Talent zur Interpretation, hast du das auch in dem Moment, wo du es guckst, also gibt es da so auch sozusagen eine Meta-Ebene, die sich aufmacht oder ist das alles sozusagen im Nachhinein? Das ist unterschiedlich, also manchmal habe ich es dann auch bei Truly Fest mir dann ungewollt irgendwelche Anstöße oder es kommt mir dann wieder irgendwo der Gedanke her, so wie Possession fällt mir jetzt gerade ein, so als osteuropäischer Film, der eben aber glaube ich Anfang der 80er war, was haben die vielleicht, also einfach nur mir irgendwas zu nehmen, wo ich mich daran festhalten kann, um nicht einfach zu sagen, so wie du am Anfang sagst, ich weiß nicht und dann lasse ich mich quasi in so ein schwarzes Loch fallen und dann aber doch versuchen, vielleicht ist hier noch irgendwie so ein kleiner Ast, wo ich mich daran festhalten kann und gucke, lässt sich da dann irgendwie so eine Brücke draus bauen? Wie gesagt, so hundertprozentig kriege ich es nicht hin und sage mir deswegen, naja, könnte so sein und so ansatzweise passt das eben. Ja, es ist so viel da und es ist ja auch ganz offensichtlich, so viel durchdacht ist da, also wenn ich sage, also für mich ist das hier, verspult oder ich würde sagen, also das böseste Wort, das mir manchmal einfällt, ist auch, dass es sich beliebig anfühlt, habe ich keinen Zweifel daran. Ja, genau, aber das wäre zum Beispiel, also dafür ist er mir dann nicht so krass auf den Sack gegangen, also das gibt es ja dann auch, dass das so arzi-fazi wird, da kenne ich noch andere, also da kommt ihm da Humor zugute, in dem Film, weil wenn der zum Beispiel nicht da wäre, wenn sich das dann die ganze Zeit Bier ernst nimmt oder so, dann fange ich auch an, dann entfernt es mich auch dann irgendwann sehr vom Film. Also wir haben zum Beispiel auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass wenn sie, also wenn Lilly den Auftrag bekommen hat und dann ist sie da in dem, den Auftrag bekommen hat, also die Tauben mit sich rumschleppt und so und dann fällt ihr dieses Büchlein, was auf Deutsch geschrieben ist, war das noch über das Verhalten von Menschen und Tieren, fällt ihr da runter und zum einen dieses Büchlein, was zum Verbindungsglied zwischen ihr und dem namenlosen Mann wird, hat der einen Namen gehabt? Mir fällt der nicht ein. Und das eben auch dieser Ort, wo das Buch runterfällt, immer wieder aufgegriffen wird, also den sehen wir immer wieder und das ist so eine Weggabelung, mal schwenken wir mit der Kamera nach links und sehen so den Holzbretterzaun, mal schwenken wir nach rechts und sehen eben anderen Holzbretterzaun und dieser Brunnen, der da eben steht an dieser Kreuzung, ist mit Jesus, du hast die Jesusfigur an der Stelle, also auch da darf es dann wieder jeder anfangen zu überlegen und können wir jetzt in den Rätseln kommen, sie kommt glaube ich sehr oft von rechts, kommt mal, wer kommt von links und dann ist es auch die Stelle in den drei Meter weiter, wo sie dann einem anderen kleinen Kind Streichhölzer abkauft, also auch wieder so eine, wie sie das eben selbst als Kind war, sich da also nochmal begegnet sozusagen und dass die beiden ja auch dieses Büchlein lesen und auch die gleichen Stellen lesen, eben, sie liest dann eben auch nochmal vor, hier der Hase oder Hasen, die so darin aufgehen, dass sie denken, der Fuchs ist ein Spielpartner, obwohl es eben eigentlich eine tödliche Jagd ist und was das jetzt wieder bedeutet. Guck mal, das ist so ein Moment, da denke ich für einen Moment so, das ist ja richtig genial und dann ist es so, oder was ist, hä? Ja, und? Also es ist so, wo führt dieser Gedanke und jetzt? Ja, ja, genau. Kommen wir zum Abschluss. Ja. Ja, dieser Hasen, die wir dann spielen, da habe ich eigentlich auch gedacht, so jetzt muss ja auch irgendwann nochmal Hase und Fuchsjagd kommen und wir haben aber eigentlich nur die beiden toten Füchse, die Dora sich um den Hals hängen hat und dann gesagt bekommt, wie toll sie doch aussieht. Das gibt es ja auch nicht. Oh, ich merke, wenn du jetzt türmst, all diese symbolisch aufgeladenen Bilder aufeinander. Ich gehe einfach nur die ganzen Tiere durch. Ja, du hast ja recht. Das ist ja ein sehr krasses Bild, wenn sie da mit diesen toten Füchsen rumläuft und das für Mode hält. Aber ich weiß, das macht gerade zwei Sachen auf. Das eine ist, also wenn du diesen Turm mit den symbolischen Bildern aufbaust, dann merke ich, dass ich wegen meiner, also ich kriege mal diese Allergie im Sinne von, jetzt will der Film irgendwas von mir, im Sinne von, ich müsste irgendwas und dann recken sich immer meine Mittelfinger hoch. Aber das macht der Film ja so nicht. Das ist jetzt nur, wenn man das so geballt kurz zusammenfasst. Was aber da an so einer Stelle mit den Füchsen so, das ist für mich so ein billiges, also das ist mir dann viel zu flach so für, das ist jetzt so eine dekadente Frau, also weil es ja auch gleich drei und noch vier kleine Füchse sind oder keine Ahnung. Das ist so, das ist dann wieder viel besser, wenn die so hohl rumflirtet mit dem Zug. Wie heißt das? Liftboy. Der Liftboy. Ein unschuldig, immer noch unschuldig. Also wie sie da eben flirtet. Ja, ich meine, das ist noch die Zeit in dem Film, wo ich denke, es findet jetzt eine Narration, wo wir parallel beide Welten sehen und dann begegnen die sich. Ja, für den Arsch ey. Ach scheiße. Also das ist schon, das ist ja auch für mich immer wieder mal schön, wenn ich so merke, also ich bin schon auch also in einer Form von einem Erzählkino geprägt. Also das ist schon echt eine, also das ist schon schwer, wenn es nicht, also. Das ist Arthouse im tatsächlichen Sinne wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, um mal noch eine Schublade aufzumachen. Ja. Also hier steht's. Na, es ist zumindestens, ich glaube, man könnte das, genau, man könnte das, genau, man kann das dann allgemein in eine Arthouse-Schublade. Es ist auf jeden Fall, also das ist offenbar auch die Idee, also schon wahrscheinlich auch im Drehbuch angelegt. Also wie könnte man eigentlich Geschichten noch erzählen so? Also es ist neugierig zu, wie man eine Geschichte erzählt. Es orientiert sich nicht an tausend anderen Geschichten. Das ist, das ist sehr auffällig. Ja, also hier die, die Cover, das Cover sagt uns auch, this dazzling film portrays the birth of modernism, also die Geburt ist modern, a daring world of revolutionary ideas and inventions that promised enchantment and inspired wonder. Und, also ich gehe gleich noch einen Satz weiter, also ne, das uns eben Verzauberung und Wunder versprochen hat, wie für uns ja auch, ne, die Smartphone, diese, diese, direkte Kommunikation, die eben, so wie das eben fünf Minuten um die Welt war, ist jetzt hier eine Sekunde um die Welt und wir, die wir jetzt auch da stehen und wer sammelt eigentlich da was für Daten von uns und was ist das? Ey, auch wir wieder, ne, The film echoes the magic of early cinema, reclaiming the birth of the 20th century as a miraculous moment to be alive. Tja. Ja, lustig, lustig, dass die nicht auf die Idee kommen, da schon mal anklingen zu lassen, die Komplexität oder die Melancholie, die drin steckt, äh, also das ist halt, da denke ich, Da steckt ein Dazzling-Film. Ja, 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 ja. Ne, also da denke ich manchmal, ach schade für all die Mühe, die die Filmmacherin sich ja auch gemacht hat, den Film zu machen und nicht den, der da beschrieben wird, ähm, also das ist ja von, das war das, worüber wir gleich am Anfang gesprochen haben, wie schön, dass diese, ja, auch für uns schon tausendmal erzählte Geschichte von der Erfindung der Glühbirne, wenn dieses Mal gerade nicht der, nur der Hurra-Moment ist, sondern wenn da eine, ja, eine gewisse Tiefe drin steckt oder auch, also sozusagen das Interesse daran, welche Perspektive könnte man denn noch dazu einnehmen? Was wäre, wenn Edison nicht von den Leuten hochgehoben wird und er einfach nur jubelt in Zeitlupe, sondern nachdenklich guckt? Was hab ich da gemacht? Ja, genau, was hab ich da gemacht? Also, das ist so, ja, stimmt. Also, ich meine, wir können das immer nur am Negativbeispiel festmachen, dass die Wissenschaftler, die die Atombombe dann irgendwie dann fertig konstruiert haben, vielleicht kurz mal innergehalten haben und dachten, und was machen wir damit jetzt als nächstes? Müssen wir sie auch mal ausprobieren, ne? Ach man, das wäre doch ausspannend. Ach, jetzt, mir fallen immer mehr. Wir werden mal ausprobieren, das wäre ausspannend. Ja, ich komme jetzt in die alternativen Universen, so, was dieser Film noch alles hätte sein können, damit er mir dann besser passt. Ja. Aber das ist vielleicht auch anregende Wahrheit. Genau, dass er dazu anregt und dass er deswegen vielleicht auch so unbestimmt, aber vielleicht trotzdem eigentlich auch sehr bestimmt ist, bleiben muss, wenn er es zu konkret macht, dass das dann eben, dann sagt man eben, so ist das eben, ja, und nicht, dass das eben nicht allgemeingültig ist oder dass man eben viel da noch reinlegen kann, sondern. Weißt du, was ich spannend finde, Max, es kommt doch für uns beide dieser Moment, die wir unsere Letterboxd-Tagebücher pflegen, oder du möchtest nochmal auf das Booklet hinweisen? Also ich überlege gerade, ob ich dieses Bild vorhin eigentlich im Film gesehen habe, wir sehen jetzt. Ja, ich erinnere mich, das sind noch Bilder, das ist ja wieder so ein magischer Moment. Wundervoll, ein Weißling Moment. Die weiße Taube, die von einer Frau gehalten wird und die Frau ist hinter einem vergitterten Fenster oder hinter Gittern und hält so die Taube nach draußen. Also genau so gibt es das Bild jetzt nicht. Also ich glaube, das ist jetzt bei den Dreharbeiten dann irgendwie entstanden. Aber sowas kommt eben vor. Und dann haben wir also sozusagen diesen Moment, wo man ja auch guckt, wie man so für sich selber das sozusagen in die eigene Erinnerungsschublade legt. Dann finde ich das ganz schön, dass ich durch diese Letterboxd-Plattform auf die Idee gekommen bin, es wäre gut, wenn ich es schaffe, zu jedem Film, den ich gesehen habe, wenigstens mal eine Zeile hinzuschreiben. Ja, willkommen in meiner Welt. Ich bin ja schon froh, dass wir zu wenigstens 153 Filmen Minimum schon wenigstens einen Podcast aufgenommen haben. Das hatten wir ja hier auch schon, dass ich manchmal nicht mehr weiß, echt, wir haben über den gesprochen und manchmal sogar, ich weiß gar nicht mehr, wie war es dann eigentlich in dem Film, wie fand ich ihn dann? Und dann ist es richtig schräg, reinzuhören in unseren Podcast für mich. Und so ist es auch manchmal nochmal zu lesen, was ich draufgeschrieben habe. Und so ist es manchmal auch, wenn man sich diesen bekloppten Formen unterwirft, jetzt einem Film auch sozusagen auch noch einen Stern zu geben oder fünf oder zweieinhalb oder so. Und das finde ich immer ganz spannend, weil ich habe schon beides auch erlebt, dass ich gedacht habe, nach einem Podcast und dann sehe ich deine Sternebewertung und denke, oh, sind das viele oder oh, sind das wenig. Ja, ist immer so völlig lustig. Also ich meine nur, das ist ja auch für irgendwas gut, also so, dass man irgendwie, am Ende muss man diese Komplexität von diesen zweieinhalb Stunden ja dann doch nochmal wieder auf irgendwas runterbrechen, damit man es bei sich erstmal irgendwo ablegen kann. Sonst müssen wir ja noch die ganze Nacht über den Film nachdenken. Das machen wir ja lieber nicht. Ja, und ich bin jetzt hier nebenbei ausweisweise mal dabei rauszusuchen hier. Achso, ich dachte, du schreibst jetzt deine Letters. Ja, ja, das war ich jetzt und habt ihn aber unter dem englischen Titel nicht gefunden hier. Ja. Und gucke mal, ob ich irgendwelche Letterbooks, Friends, Follower habe, die da schon was zu getippt haben. Ja. Achso, ich möchte, wenn du das aussuchst, möchte ich auch, jetzt quatsch das mal nicht so zu, sondern sag erst was, wenn du was gefunden hast und ich möchte mich hier an der Stelle nochmal ein bisschen darüber echauffieren, dass so ja leider niemand darauf reagiert hat, noch sozusagen seine Gedanken so zu dieser Filmauswahl zu schreiben. Ich habe auch alle gedacht. Da könnt ihr uns gerne mal, also es gibt eine Sache, die funktioniert todsicher auf Twitter, dass ihr uns wunderbare Vorschläge schreibt, über welche Filmemacherinnen und Macher oder über welche Filme wir unbedingt noch sprechen müssen. Das bringt uns, glaube ich, also mich auf jeden Fall immer in irrsinnige Schwierigkeiten, weil es... Ja, das macht ja auch Dennis Nice. Der hat uns ja auch schon nochmal 100 Filme... Ja, ich hätte es jetzt nicht namentlich hervorgehoben. Manche andere machen das ja auch. Es ist einfach so, also macht das bitte weiterhin. Es stört mich gar nicht. Es ist nur so interessant, das ist ja auf gedauert und verderbt darauf ausgelegt, passt das mal gerade mit dem zusammen, was uns durch den Kopf geht. Und das, was uns durch den Kopf geht, ist ja auch sehr wechselhaft und auch nicht von langer Hand geplant. Hast du denn Freunde, die diesen Film besprochen haben? Na, besprochen nicht, aber es gibt eine Drei-Sterne-Bewertung von Ratz. Der hat uns definitiv auch immer sehr fleißig gehört. Das weiß ich, den habe ich noch so aus meinen mittlerweile sehr stark zurückgegangenen OFDB- und Gemeinschaftsforum-Aktivitäten einen Austausch gehabt. Der hat sich auch immer sehr für Filmgeschichte und so interessiert und auch osteuropäisches Kino. Wie das wohl ist, diese ganzen Menschen, die uns hören und die sich ab und zu in unseren Dunstkreisen irgendwie aufblitzen mit Namen. Also die sich wohl fühlen, dass wir jetzt über sie reden. Dennis Ratz und all die anderen. Also, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Ich hoffe, dass sich wenigstens einer jetzt auch bei Twitter aufregt und sich wundert, über was für komische Filme wir sprechen. Das war mir ein großes Anliegen. Ja, das ist komisch. Ein sehenswerter Film. Genau deswegen. Und wir hören uns ja das nächste Mal wieder mit Harry Potter. Und da bin ich schon sehr gespannt, mit welchem Zugang ich mich diesem Film annähere. weil... Gerade frisch besprochen, also ja, genau, für Harry Potter gibt es gerade aktuell bei dem einigermaßen professionellen Kollegen von Wiedersehen macht Freude heißt der Podcast. Der steht aber in der Liste knapp hinter uns, weil die nicht Wiedersehen haben. In der Liste? Was ist denn die Liste? In der alphabetischen Sortierung. Aber ich merke gerade Wiedersehen wäre auch so in der Wiederaufgabe. Aber die haben WIMAF als Abkürzung, eben Wiedersehen macht Freude. Ach so, ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist der Nils Buckelberg. Weil ich immer noch überraschend war, dass Carly den nicht, meint sie, sie würde den nicht kennen von irgendwoher. Und ich dachte, das ist von Viva damals. Naja, erstaunlich, dass du ihn noch kennst, weil dann war es ja auch bald vorbei. Naja, man muss ja für Viva geguckt haben. Ich glaube, deine Frau ist knapp dann dran vorbei schon. Also, naja. Vielleicht zu viel MTV geguckt statt Viva. Naja, genau. Die reisen gerade durch Hogwarts und die gehen vor allen Dingen so auf die Nachvollziehbarkeit vieler Handlungsaspekte und so ein. Und dann gibt es natürlich bei die Second Unit und Spätfilm eine Koalabation, die ich ja sehr intensiv der Sache angenommen habe. Bei Welle Nerdpool war jetzt irgendwie gerade was rausgekommen dazu. Gab es das schon mal so Aspekte, wo du dachtest, ach schön, dass sie darüber reden oder so? Ja, es gibt dann so Aspekte, wo ich auch denke, ja, Moment mal. Und die kriegen halt, also jetzt bei Wimav und dann auch viel, die kriegen auch relativ viel Rückmeldung so von den Hörern und Hörern. Auch von mir gibt es dann so erbsenzählerische Besserwiese-Kommentare. Das ist schön, dass wir alle so dann eben kommen, ja, ich bin in der Jugend damit aufgewachsen und das wird den Büchern erklärt und das in den Büchern und so und so und was aber dann im Film nicht mehr ist oder so. Genau und mal gucken, also hat auch schon ein bisschen meine Wahrnehmung beeinflusst, glaube ich, wenn ich den Film dann jetzt wieder sehen werde. Aber genau, es gibt jede Menge Potterstoff so schon und wir werden dann wahrscheinlich, vielleicht jetzt direkt nach dieser Aufnahme auch einen Aufnahmetermin noch klären können. Du hast ja da einiges in den Raum gestellt und es sieht bei dem eine Sache ganz gut aus. Das stimmt. Ja, so genau, deswegen. Und vielleicht kriegen wir dich auch noch, ja, machen wir nach mit Karten. Oh Gott. Stürb langsam, kommt ihr am Kino. Ach so. Ja. Ist doch schön. Es ist vermutlich der beste Actionfilm, der gemacht worden ist und dann ist das doch auch gut. Dann können wir die Folge jetzt mit zwei Titeln nennen. Nee, genau. Ja, das war schon so der Ausblick. Also sag mal so, also weißt du was, es stimmt langsam, wäre so ein Film, für den könnte man das machen, dieses, was jetzt hier gerade Deutschland um sich greift, was die deutschen Podcasts von amerikanischen abgeguckt haben, dieses One-Minute-Format, dass man sich sozusagen einen Film nimmt und dann bespricht man in jeder Folge immer nur eine Minute des Films. Hast du noch irgendwer von gehört? Ja, Matrix One-Minute, genau, die machen das gerade, das gibt es aber, wenn du in einem amerikanischen Podcast guckst, gibt es das zu diversen Filmen, also auch ein bisschen unheimlich oder zu Serien oder so, wo es dann auch absurd, nee, Serien ist Quatsch jetzt, aber es dauert natürlich dann immer ewig, aber es gibt ja so Filme, wo ich das nicht uninteressant finde und ich finde ja, was John McTiernan in Die Hard macht, ist schon tatsächlich hochinteressant, aber wahrscheinlich nur, weil mich das sozusagen interessiert, aber also ich gucke da manchmal noch langsam drei, weil ich merke, John McTiernan macht es da noch so ein kleines bisschen, aber er hat es ja auch wirklich nie wieder so gut gemacht, also ist schon, ja, ja, vielleicht, aber ich weiß auch nicht, was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Idee, den zu Weihnachten zu zeigen, weil er zu Weihnachten spielt? Genau, es ist der Weihnachtsfilm, er ist eben auch so alt wie ich, also auch dieser Film ist ja ungefähr so alt wie ich hier mit 88er Jahrgang, genau und so ein Jubiläum nehme auch ich mir ja gerne als Anlass für Filmvorführung, nächstes Jahr wird Ghostbusters 35, genau, 84, oh Gott, und dann gibt es ja auch solche Filme wie Stalker und Sieben Samurai, die haben auch ihre Jubiläen und Chinatown. Ja, ich meine, es wäre natürlich möglich, wenn wir Die Hard besprechen würden, dann würde ich mich daran erinnern, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe auf der Busfahrt nach Spanien und es gibt also diese persönlichen Erinnerungen, wie mein Vater, da bin ich jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob ich das nicht schon durcheinander bringe, dass der Alien irgendwie auf der Schiffsreise mal dann das erste Mal gesehen hat, aber es kann auch ein anderer Film sein. Aber es war auf jeden Fall ein Film, der sozusagen noch weit von meiner Altersfreigabe war und ich, ja, und es war auf jeden Fall, es war ein Papa-Film so, also das war ein Film, den Papa schon toll fand so und dann wollten wir mal gucken, was geht. Das ist auch krass, das habe ich heute auch im Laufe des Tages schon mal überlegt, weil ich von Nightmare Before Christmas die DVD geguckt habe, obwohl ich die Blu-Ray auch besitze und mir dann so vorgestellt habe, ja, kam auch heute gerade nochmal irgendwas, das habe ich noch gelesen bei Twitter, also von wegen, ja, wie man Filme guckt und lalala und dann so diesen Gedanke, ja, wie das in meiner Kindheit, habe ich so ganz, den allerletzten Rest mitbekommen, so Videos, habe auch noch Videofilme, Filme auf Video gesehen und dann dieser Sprung auf DVD und wenn ich jetzt hier eine DVD reinlege, dass ich dann schon manchmal denke, ja, das war auch das letzte Mal, dass die ein Player war, die wird entweder nie wieder geguckt, weggeworfen oder eine Blu-Ray gekauft, einfach von der filmischen Qualität, so wie ich jetzt auch bei dem Ding hier gedacht habe, das sieht so schön filmisch aus, wie das Korn kommt durch, wenn ich jetzt auf einer DVD gucken würde, auf dem Fernseher, das wäre nicht mehr so, das wäre schon, das würde wieder so wirken wie, ach, das ist so ein alter Film, deswegen sieht der so aus und nicht wie, das ist ein Film, deswegen sieht der so aus, positiv dann gemeint, diese technische Entwicklung, Christian, wir stehen am Anfang eines Jahrhunderts, was das für Möglichkeiten sind, Wunder und Mirakel, die uns erwarten in diesem Jahrhundert, das vor uns liegt. Ich merke übrigens, die Allverfügbarkeit der Streaming-Dienste ist mittlerweile zu einem ganz schrecklichen, Ja, das ist so wie mein ungeguckter Filmestapel. Ja, genau. Also nicht, und ich habe nicht mal das Bedürfnis irgendein Streaming-Dienst, deswegen. Nur noch schlimmer, es kostet jeden Monat auch noch Geld, so und plus. Das ist bei dem Stapel auch so. Naja, aber das Schöne ist, der Stapel ist dein Stapel und das andere ist der Stapel von anderen Menschen, die dir in der Gehirn finden. Der plötzlich auch wieder weg sein kann. Was? Der dann auch wieder weg sein kann. Ja, ja, und die kacken dir in deine Sehgewohnheiten rein, die, die da oben. Also die, die meistens ja wahrscheinlich auch schon Algorithmen, also das sind ja gar keine Menschen mehr, die sich da irgendwie was ausdenken und wie ich dann manchmal, ja, wie ich dann manchmal einfach nur noch nach was Altem suche und es geht schon, ich weiß schon nicht mehr, wonach ich suche. Das ist höchstens 2000 bis 2010 in der Auswahl. Aber was kommt denn da? Aber was ist dann, also wenn jetzt alles fest streamisiert wird, das ist ja bei der Musik genauso, also wenn wir jetzt mal kurz diesen Edison-Moment haben, also Edison hat jetzt das, oder der Typ, der das Streaming erfunden hat, der würde jetzt auch sehr melancholisch gucken und wie würde das jetzt 80 Jahre später aussehen, also was wissen wir, was die, der nächste Schritt, was ich jetzt mal gelesen hatte, aber noch nicht verifiziert für mich, dass MGM wohl auf seinem YouTube-Kanal jede Menge Filme kostenlos jetzt guckbar sind, auch 80er-Jahre-Streifen zum Beispiel. Habe ich aber noch nicht genau geguckt, was da so rumliegt und was nicht, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, also ich habe auch neulich mal gelesen, was war das hier, Paramount hat gesagt, ja, heute, das Spiel, das Lied vom Tod, nur 5,99 Line und da gab es irgendwie 5 Kommentare und der erste war, ey, warum soll ich für so einen alten Film noch Geld bezahlen, das ist ja wohl Wucher und ich sitze da und denke, was, das ist doch ein geiler Film, da haben Leute Arbeit noch reingesteckt, wenn ich für manche Filme heute 20 Euro zahle, frage ich mich hinterher, warum habe ich das denn gemacht? Ja gut, das ist von der Argumentation jetzt auch nicht besser, aber diese Grundannahme so, der ist alt, deswegen kann ich dafür nichts mehr bezahlen, ach so, ja gut, dann du kriegst für deine Arbeit auch kein Geld mehr, Typ, naja, Hildelidadlidum, das ist die Welt, in der wir leben, wir setzen es ja. Ja, wir können wahrscheinlich jetzt auch jetzt diesen Moment auch nicht nutzen, um in die Zukunft zu gucken, es scheint uns nicht vergönnt zu sein, ein paar allgemeine Plätze bringen, aber wir haben ja jetzt wenigstens aufgenommen, was wir dachten, was es sein könnte und wir freuen uns jetzt. Und wir freuen uns jetzt, oh Gott. Ich freue mich übrigens wirklich, in 20 Jahren diese Podcasts wieder auszunehmen. Und ich muss auch sagen, das ist zum Beispiel ein Film, auf den wäre ich glaube ich selbst, frühestens in vielen Jahren mal gekommen. Bei Menschen am Sonntag und Akira Kurosawa, das sind so Titel oder Namen, die mir schon öfter mal vorgekommen sind. Aber bei Ildiko Enyedi war bei mir noch nie so dieses Bedürfnis, da müsste ich mal gucken, was hat die eigentlich mal so gemacht. Weißt du übrigens, bei mir war das so, ich war ja so doll gegen ihren aktuellen Film unterwegs und es gab, ich bin da auf jemanden getroffen, die wirklich das Gegenteil gefühlt hat und dann dachte ich, okay, ich will, ich will jetzt von der Regisseurin was anderes sehen. Also ich will jetzt noch mal irgendwie auf ihre, auf ihre Art Filme zu machen, will ich noch mal eine andere Perspektive kriegen. Und ich fühle mich jetzt bestätigt und schlauer als je zuvor. Also bestätigt und auch widerlegt. Also ich wollte dir sagen, naja, ich könnte mir das total leicht machen und sagen, genau, Baby, das läuft hier nicht mit uns beiden. Das ist nix. Und das Gleiche könnten wir mit Körper und Seele wahrscheinlich auch machen. Der hat auch mehr Dimensionen, als ich ihm zugestehen wollte. Aber müssen die Leute denn, also das ist übrigens ein Film, der konzentriert sich sehr auf zwei Menschen und die sind auch ganz offen in einem Raum. auf zwei Menschen konzentriert. Ja. Aber alles das, was ich jetzt hier, bei dem Film überfordern fand, macht die in ihrem aktuellen Film anders. Hilft auch nix. Gut. Ei, ei, ei. Also, wenn ihr den Film auch mal seht und wir haben ja gerade festgestellt, das ist so in unserer Letterbox, oder in meiner Letterbox-Blase eine Person bisher gewesen. Radikal ändern. Aber vielleicht. Weil ihr alle unsere Freunde auf Letterbox seid, habt ihr jetzt schon zwei Freunde, die den Film gesehen haben. Ihr packt ihn jetzt auf eure, ich kenne übrigens geilerweise die Zahlen nicht auf der Letterbox, wie groß meine Watchlist ist. Die kennst du nicht? Die Zahl kenne ich nicht. Naja, ich könnte sie nachgucken, aber ich wollte damit sagen, sie ist nicht so präsent und ich glaube, sie ist unendlich groß. Ja, meine ist viel zu niedrig, weil ich einfach... Aber damit kriege ich die. Du wärst ja schon fast rausgegangen aus der Sendung, aber nochmal die... 1.582. Nein! Wirklich? So. Wir haben noch ein paar Jahre. Aber da sind auch Filme dabei, die habe ich irgendwann mal gesehen, die habe ich nur anscheinend nie bewertet oder sonst wie. Oder, ja, Punkt. Also das ist so eine Mischung aus Filme, die ich tatsächlich nie gesehen habe. Ja, ja. Und dann, um die Leute zu verwirren, habe ich da auch Filme drin, die ich schon mal gesehen habe und denken dann, den hat er nicht und den hat er auch nicht. Also das ist ja... Alle Leute, die das jetzt nicht hören wollten, sind ja eh schon ausgestiegen. Dann kann ich nochmal kurz nachgucken. Ja, das ist so ein bisschen wie bei... Aber ich weiß, du hast das mal sehr intensiv auch betrieben, ne? Es gab mal so einen Tag, da habe ich irgendwie, glaube ich, zwei oder vier Stunden lang einfach so berühmte oder bekannte Regisseursnamen. Das war, glaube ich, der Tag, wo ich mein Newsfeed bei Letterboxd umgeschaltet habe auf nur die mit Reviews. Alles andere will ich nicht mehr sehen. So wie du eben lächerliche 366 auf deiner Watchlist hast. Was ist das denn? Ich bin gerade auf deinem Kopf. Ja, das ist nur ausgewählt. Aber dafür hast du 2.366 Filme und ich habe bei mir stehen... 1.710. Na, das ist ja schon okay. Und ich habe neulich zum Beispiel auch wieder den Überraschenden... Ich sehe gerade, dass Effi Bries von Fassbinder da drauf ist und Effi, ich sage es immer falsch. Und dann stand ich neulich vor meinem Regal und habe gestaunt, dass ich eine Fassbinderbox habe. Und ich dachte, Mensch, Effi Bries ist auch dabei. Ja, guck mal, das Telefon klingelt, jetzt geht hier eine andere Sendung ab. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Frohe Weihnachten. Wiederhören. Zeit, dich verordnet.